starte das jetzt auch langsam mal hier bei mir geht es gerade los ich habe einen schwarzen bildschirm und steuerrad unten rechts du beschreibst ziemlich gut was bei mir zu sehen ist jetzt geht es los die texturen laden wieder im bildschirm nicht aber gut wir spielen doch nicht bei los geht es geht es wenn man dieser scheiß trailer starten muss kannst du skippen soweit bin ich noch nicht aber man möchte ich denn unbedingt geld für ein schiff ausgeben nicht aktuell nicht dieses goldene schwert was irgendwie aussieht was richtig billig aussieht keine ahnung mit den zeilen gt kopf körper steht gut es sieht halt einfach das freundlich die grifftot erinnert hat an den senden es sieht nicht eben aus das geht nach so einem besten dass dieses ferrero rochee meinten weißt du was meine richtig billig aussieht sondern die goldene verpackung von dem weg was halt wirklich nix nix wertvolles das schwert sieht aus wie ein ferrero rochee das muss ich das alte muss ich mir für die aufschreiben der schweißgriff bist du mittlerweile schon drin ich kann nicht warte auf sie gesetzen du musst so drittes abenteuer und letztes hoffentlich der stupfwinkel von der jack weiß ich nicht also ich weiß wir hatten bisher schiffsdekoration die du nur benutzen kannst wenn du dir für was weiß ich wie viel geld ein eigenes schiff kaufst also das geld bis dann ein paar monaten in einem halben jahr dann von one piece noch nach zu ich wollte ich wollte gerade ich wollte gerade wieder wenn das one piece update rauskommt wir sehen uns beim one piece update dann wieder ich meine ich meine bank die ellen haben auch schon sehr gut prädiktet ja so fucking lustig das passieren one piece sag ich dir aber auch schon an das wird sowas von dass das nächste piraten abenteuer was ja und das ironische daran ist es wäre wahrscheinlich dann das beste one piece spiel was jemals rauskommt weil alles sind bisher diese generischen ach was war es mal und ein schlechtes apg motivat es mal ab du weißt du hast du hast mit mir die frucht der gräbigen sie auf die sachen und die mangelenst du sie auf die ist gemacht also ich habe mich auch die ich habe auch die one piece spiele teilweise gespielt sie sind alle dasselbe sind alles irgendwelche dämlichen arena fighter dieselbe geschichte einfach noch mal wieder erzählen also gutes passiert ist ein bisschen relativ allen anderen aber gutes passiert ist relativ zumindest sachen aber man muss man sagen ist das auch als die die teile wurden auch immer schlechter das wurde auch auf die teil fünf und sechs von ne teil vier und fünf von stupfing von der chuck sie möchte mit uns reden ja ich weiß ja schon wieder ja 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 Selbst ich glaubte nicht wirklich, dass so ein Ort wirklich existierte. Aber die Erinnerung oder nicht, die Geschichte der Macht, die die Mönchengladung verbreitet, sollten sich sehr ernst nehmen. Threep wird vielleicht ein starkes Schwer zu bekommen, als er den Lechak hat. Wir müssen wirklich überraschen. Ein Schwert von Säulen ist eine unmittelbare Wettbewerb. Es wurde kreiert, um kapitale Spiriten zu verlassen. Aber wenn er vollständig erforscht wird, wird er in einem Weg geben. Es wird Lechak die Macht, um sie zu schlafen. Ich wusste, dass ich ihn nicht gefragt hätte. Nun, was warten wir für? Wahrscheinlich. Wir haben jetzt zu weit gekommen, um GeiBrush zu entfernen. Use seine Memoirs, um dich zu steuern. Und sicherlich, dass der Chuck niemals eine Chance bekommt, um die Mönchengladung zu schlafen. Kapitän Capsize und ich müssen auf eine Mission unserer eigenen. Ich bin schon längst rausgetappt. Ich bin schon längst rausgetappt. Kleidertruhe. Ja, ich hatte wieder ein bisschen Geld übrig. Es hat sich rausgestellt, eins von den Dingen, die ich zuletzt gekauft habe. War ziemlich scheiße. Ähm, Schiff Upgraden. Hä? Verkaufst du die Sachen? Ich kauf mir auf Steam ab und zu mal Spiele, ja. Ja, Spiele, ne. Ja, Spiele, aber hat keine, also Karten. Ja gut, ich hab halt ein bisschen, ein paar Cent übrig, ne. Ich schau mal, ob ich mal was Neues zum Anziehen holen kann. Ich nicht, ich hab zu wenig Geld und ich hab auch nicht vor, wirklich viel mehr dafür auszugeben. Ich warte auf dem Schiff. Warte, ich guck mich gleich nach. Ah, das sieht rübsch aus. Ich mal in Rot. Kurzes Partykleid, das sieht doch super aus. Nehm ich. Ich find's immer noch traurig, dass man seine Charaktere an sich nicht mehr anpassen kann, nachdem man gestartet hat. Ja. Please, come back. Wo ist der Waffenshop? Hier ist die Bar. Der ist irgendwo. Wer ist nächstes? Ich guck mal eben, was wir denn für den Abschluss von diesem Abenteuer kriegen, so tolles. Mach das. Sind das, was wir sehr, sehr, sehr gut brauchen können an Cosmetics, falls es überhaupt welche gibt. Oh, du wirst dich einfach überraschen. Ah, wir kriegen ein generisches, äh, brennendes Schwert. Cool. Aha. Haha, mein Charaktere hat hier gesagt. Hm, immerhin, es passt, es passt zu dem Schiff, das wir aktuell haben. Das ist immerhin was. Okay, wo ist der Waffenshop? Hey, ich hab wieder das Standardschwert. Warum? Ja, das, ich auch, deswegen geh ich jetzt, deswegen geh ich zum Waffenshop und das holen. Du hast hier ein Arsenal an Bord. Ach, aber vielleicht kann ich mir eine neue holen. Ich nehme mir diesmal, ich nehme mir diesmal die Sniper und... Ich bin ein bisschen besoffen, ich komm nicht wohl aus. Äh. Ist das der Waffenladen hier? Bezweifelös. Ich glaub, du hast kein, ich glaub, du hast kein Geld. Doch, ich hab Geld. 20.000 hatte ich gerade eben noch. Ja, ja gut, ich hab nichts. Aber ich brauch auch nicht wirklich was. Wo ist das noch das Laden? Gibt's dort Waffen? Wahrscheinlich hier nicht. Hm, nee, Waffen haben ihr eigenes Ding. Dann find ich's aber gerade nicht. Oh, ja, ich hab ja das Knochenzeug. Das sieht ein bisschen daha. Ich glaube nicht, wenn ich meters genau mache. Ich denke, hier bist du einfach ein bisschen. Ich denke, dass ich es passiert. Die sind wirklich genau. Schau dich, das ist ja nicht. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut, so gut sein. Das ist so gut. Ausrüstungstuor Waffenchop, 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 hier Intermesser des Herrschlosses Das sieht nicht so gut aus Eine Rapier Warum nicht Ich glaube das sind die Echtgeldmünzen die ich dafür ausgebe Du gibst Echtgeldmünzen aus Wenn ich sie habe Bis umsonst Du hast welche Wow Diese blauen Münzen habe ich Die sind so Naja ich habe 30 davon Ich esse noch 170 von den blauen Woher Keine Ahnung Aber das goldene Schwert habe ich nicht mehr Das was war Ja das war ja Das war ja auch nur für die Eventmission Die war ja auch nur dafür da Eine Rubin Stachel hintermesser habe ich Irgendwann bekommen Das sieht auch nicht schlicht aus Das hast du wahrscheinlich irgendwann mal gekauft Ich nehme ein Rapier mit Dann soll ich das Rubin Stachel hintermesser mitnehmen Ach das habe ich auch Und Lächendrot schwarz Ja das habe ich auch Passend zum Schiff Das sieht auch einfach echt cool aus Ja Ja Rapier ist auch Naja Ich nehme den mal mit Haha Wir haben keinen Stachel in der Hand Herr Lüner Ein Boot Ja Willst du steuern Oder soll ich Ich kann steuern Dann kümmere ich mich ums Segel Auf gehts Volle Fahrt vor uns Ins grüne Ding rein oder Ja Ich fahre genau gegen den Felsen Alles gut So jetzt einfach halten Und dann passt das Jetzt müsste eigentlich gleich der Sturm anfangen Und dann Sieg sitzen Auf gehts Auf nach Westen Mitten rein Mitten rein Mitten rein Oh jetzt könnte eventuell Story wieder passieren Ah das ist ein Schiff Ja die kann nur eine Kugel hin Black Pearl So Ready Mr. Mantone Deploy the cinnamon In 3 2 Cinnamon Incorporated Captain Sie können MC-Modell No No The rubber chicken Avian Ascension Apparatus Added And Be ready with the Mints We lay that for fresh out What? Already? Das ergibt gar keinen Sinn Nein Tut es nicht Ich meine ja Es war zur Verfügung auf der Insel Aber Komm schon Es ist nicht so schwer Ein Special Schiff neu zu bauen Ich glaube hier ist eben das Budget ausgegangen Ja 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 Scheint voll so In Anbetracht der Tata Dass wir nicht mal Nicht mal irgendwelche NPC-Animationen Hier auf unserem Schiff haben Wie sonst Ich sehe auch an dem Bord keinen NPC Ah doch Geibarsch Ja jetzt gerade aufgekloppt Aber redet Mit wem redet auch Ich wissen ja nicht Oh Aufnahmen Ja Ich hoffe es wird diesmal 5 Stunden dauern Wahrscheinlich schon Weil wir wieder Sachen Weil wir wieder Geld in Münzen sammeln müssen Oder irgendwelche Piraten besiegen müssen Oh nein die Insel ist größer als die letzte Oh nein Natürlich ist er das Oh nein Ähm Bitte nicht Du und wo ist die Obvious Stätte zum Anlegen Man kennt keine Obvious Stätte zum Anlegen Man kennt Oh nein die ist riesig Ist sie halt glaube ich auch in Man kennt das Ja aber hätte was jetzt ein bisschen ein dampfen können? Nö Es passiert immer so wenig Wir müssen wieder von A nach B rennen Ehe ich sonst Guck mal die Bäre Die zwei Bäre gedrückt Die werden mal so oft auch hoch und runter klettern müssen Freue dich schon immer drauf Ja wo möchtest du an Land gehen neben dem anderen Schiff? Äh Äh Wie fühlt sich an? Na machen wir das Wir sollen ja nahe sein Bei der Black Pearl Zumindest ist es das hübsche Design Das muss man sagen Ja hat was Ja bei der überhaupt Bei der ohne Kontext überhaupt nicht Logisch da sein Black Pearl natürlich Vielleicht können wir sie Versenken Wenn du rechts von ihr dann reingehst Dann können wir Schießen Ich werde jetzt hier Wir werden eh gleich Ansammt auflaufen Von der Breitseite gehst Dann kann ich auf sie schießen Ja ich Bin auf einer geraden Linie jetzt gerade hier So und Noch ein bisschen Noch ein bisschen Jetzt kommt der Anker Es tut absolut gar nicht Natürlich nicht Wer hätt's gedacht Aber präzise eingepackt Aber wir können dann hochgehen Ja ich probier's gerade Oder auch nicht Äh doch Hier ist ne Leiter Der Kopf ist wieder da Das ist der Koch Der Kopf ist wieder da Warum ist der Koch der Scrumba hier? Ich weiß es nicht Warum ist Cop hier? Der würde uns vielleicht was über Über Loom erzählen Nein Es waren die NPC Modelle die Da waren vermutlich Das ist der Crew vom Gleiberspiel getreten Er hat nicht viel Dialog Ich würde sagen Ich würde sagen Es erhöht die dramatische Tension Warte ich hör mir grad das hier an Das ist der erste NPC der Der Synchronsprich hat Abgesehen von Geilbarsch und der Der Wudo Lady Ich bin ein bisschen enttäuscht dass er mir nicht von Loom erzählt Wie toll das Spiel doch ist Ich sehe mal wieder sexy aus Ich sehe mal wieder sexy aus Können wir eigentlich unser eigenes Schiff versenken? Ne, können wir nicht Ja, können wir Bitte nicht tun Ne, können wir nicht Die Kanonen sind nicht ladbar Oh mein Gott, er hat dieses Spiel Er hat dieses Spiel Wir brauchen Squid Ink Cinnamon Zink Oxide Monkey Blood Es ist eine sehr delikate und sophistische Tatsache Ja, wir haben ohne Monkey Ehrlich zu tun Das zählt nicht Vielleicht sollte er mein neue Assistant Chef sein Nein Das Kuchenpott hat in der Familie seit 5 Generationen Es gibt keine Chance Ich werde ihn in einem Ort wie dieser Und hey Ist das Stopping LeChuck Ihr Job sein? Gut Ja, scheinbar schon wo es sicher ist Nein, wir müssen den Chuck aufhalten Das ist mal wieder unser Job Das ist mal wieder unser Job Ich weiß, was ich nicht kann Ich weiß, was ich nicht kann Äh, rede mal mit allen Offensichtlich Gibt es eine Entscheidung So, du hast deinen Weg in unserer Wache Willkommen zur Monkey Island Ja, glücklich, dass ich war Ja, glücklich, dass ich war Ich gehe mal nach meinem Kernend Irgendwo hier müsste ein Kannibalendorf sein Ja, ja, das wissen wir Wir müssen erst Wir müssen erst wieder weg-tracking machen Ja, das schon Aber ich würde halt trotzdem wirklich erst mal jetzt hier die Mission machen Das heißt Die Mission sagt zuletzt Wir müssen Du weißt, was lang geht 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 Ja, komm einfach zu mir Ja, komm einfach zu mir Da drüben Clients Wir haben eine Karte bekommen wieder Eine Art Karte Zumindest Das Spiel geblendet ein wenig Wir müssen einfach so weit Ja, das tun sie immer Ich glaube, der ist einfach nur für den Joke da Wir müssen einfach da hinten hin Für welchen Joke? Der ist irgendwo da Für welchen Joke? Ah, das ist die C-Monkey Das ist geblendet, wenn du drauf guckst Das müsste die zerbrochene C-Monkey sein Oder? Ja, C-Monkey Eigentlich ist sie ja nicht mehr da, aber gut Sie wurde in Wir tun sie, man geht an den Treppen hier Aber Was solls Ja, ich kenne das Spiel Ich mag es nicht sonderlich, aber ich kenne es Ich schaue mal, ob es hier was gibt Natürlich nicht Aber doch, ein Schrank gibt es Oh, es gibt einen Schrank Oh nein, ich weiß wer da drin ist Nein, du gehst nicht an diesen Schrank Ich habe mal aufgemacht Müssen die Schachteln sind es drin Oh Puh Ein Huhn ist drin Na gut, ich mach mal den Schrank auf Spielzeugpapagei Spielzeugpapagei Ich habe ein Spielzeugpapagei gefunden Hier sind auch Müslischachteln drin Da sind Überraschungen drin in den Schachteln Du musst die Schachteln öffnen Äh Ich wäre wirklich dafür, dass wir das jetzt nicht machen Sondern wenn die Quest uns sagt, dass wir das machen müssen Weil sonst machen wir wieder Zeug, was vielleicht Am Ende nur nervt Zu spät Weil du weißt doch, die Storytriggers spawnen nicht, wenn wir nicht an dem Punkt der Story sind Zu spät, ich habe die Kisten schon ausgeholt Wahrscheinlich ist es wieder ein Puzzle, was wir machen müssen, dann Ja, komm, komm, aber Aber lass es später, wir gehen jetzt erstmal zum Affenkopf und machen das Wir haben leider genug Erfahrung mit dem Ja, wir werden hier nochmal hinkommen müssen und müssen dann das Das geht's ja mit denen Ja klar, aber du weißt doch, wir können es nicht lösen, wenn wir nicht an dem Punkt der Story sind Das ist ja die Scheiße Das lohnt die Kunden halt hier überhaupt nicht Das ist alles nur irgendeine billige Kulisse Was wiederum zum Anti-Island passt, aber trotzdem In die Karte Nee, ist nur in Notiz Piraten haben keinen Sinn für Anstand Aha Steht da irgendwas Sinnvolles drin? Nein, das ist einfach nur Notiz für eine Angelegenheit Wie immer Privatgelände Ja, hier geht's zum Affenkopf Ja dann Gehen wir doch da hin Da war doch geil was schon auf uns Hey, du hast es geschafft! Aber die anderen sind noch auf dem Schiff Das ist einfach nur uns Und Spiffy, natürlich Lechuk 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 Das ist ein thematisch äußeres Puzzle Du gehst auf die Karte und gehst auf die Karte Lechuk Ich warte hier und warte auf Lechuk und Elayne Lechuk 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 müssen wir jetzt machen? Wir müssen die drei Affen-Dinger finden. Cool. Ist ja auf der Map verzeichnet, wo die sind. Gott sei Dank. Mehr oder weniger. Sag ich doch, wir erkunden hier noch. Ja. So, der hat ja Hinweise zum Schiff gegeben. Gut. Gucken wir einfach mal in die Müsli-Schachteln, würde ich sagen. Also hier ist die erste beim Hermanns Lager. Auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, dass wir in die Müsli-Schachteln, vielleicht bringst du uns was. Spielzeug rausnehmen. Vielleicht will Hermann ja, keine Ahnung, einen Run haben oder sowas. Aber können die Spielzeuge nicht mitnehmen, oder doch? Doch, können wir. Aber hier ist ein Brett im Weg. Verdammt. Ich kann die Schachteln nicht öffnen, wenn ein Brett im Weg ist. Das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. Es ist nichts im Weg. Du kannst trotzdem rausziehen. Zumindest hier auf der Seite ist das so. Ja, ich kann es nicht öffnen. Ah, ich habe das Monocle Spielzeug-Admirals. Cool. Ich weiß nicht, wofür das ist. Um Schlösser zu brechen. Die Papageien kann ich nicht mitnehmen. Geh zurück, Schiff. Aha, okay. Und was sind von das hier noch? Ja, gut. Das Monocle halt. Und früher auch immer wir es brauchen, aber ich habe es jetzt da. Das heißt, ich kann nicht campen. Oder irgendwas aufnehmen. Okay, gehen wir. Moment, ich würde es tatsächlich einfach hier neben das Schiff legen. Da finden wir es wieder. Haben wir gemeint? Ja, es ist wichtiger. Hier ist ein Brief von Tufnot. Da hört man. Gut. So weit wir sind gleich gelangt, würde ich sagen. Wir gehen als nächstes zur großen Hand. Affen zeigen darauf. Würde ich sagen. Äh. Sonst müssen wir erst mal den Weg finden. Du bist der Experte. Du hast alle Spiele gespielt. Ne, nicht alle. Nutze 1, 2. Du hast alle guten gespielt. Alle guten. Wobei stimmt nicht. Ich glaube, der Telltale Teil fehlt dir noch. Aber der ist auch nicht besonders gut. Doch, der ist gut. Der ist der, über den man nicht wählt. Deshalb ist der Telltale auch ein bisschen abgeschlagen gewesen. Aber der soll rein Story-mäßig und so weiter sehr gut sein. Naja. Du hast ihn nicht gespielt. Also hast du es nicht zu beurteilen. Hier, Affen zeigen darauf. Hier müssen wir lang. Aha. Einen alten Kompass. Cool. Willst du mitnehmen? Können wir gar nicht. Ne, können wir nichts mitnehmen. Hier ist noch ein Kompass. Ne, Taschenuhr. Ja. Ein Fischerhut. Ich habe ihn. Keine Ahnung, wo wir hier gerade hingehen. Da ist eine Leiter. Wo? Da drüben. Wo ich bin. Ich renne. Sieht aus, jetzt wird es da hochgehen. Hier ist dann... Ich habe einen alten Stiefel gefunden. Oh, tatsächlich. Da ist... Ich komme nicht hoch. Ne, wäre auch zu einfach. Legt etwas auf der Spitze. Was durch das? Ja, ja. Das ist eins von den Sachen, die wir finden müssen. Ja, wir kommen jetzt da hoch. Ich gehe erstmal zur Hand. So. Und das sind dort die Hände. Nein, zur großen Affenhand. Hier zum Töpfer soll man da hochkommen. Äh, ich habe... Ich habe eine Türschnitzerei gefunden. Da ist eine... Ich glaube, da soll was drin sein. Ja, ich auch. Wir müssen irgendwas auf der Hand hier platzieren. Da müssen wir was reinlegen. Ja, müssen wir. Hier könnte was platziert werden. Cool. Wir wissen aber nicht was. Das heißt... Das war doch, glaube ich, Teil... Das mit den Affenhänden, das war doch ich Teil von Teil 4 oder 5. Ich glaube, irgendwie... Wo ging es dann darum, dass er einen riesen Affen gebaut hat und dann... ein Affenroboter und mit dem dann irgendwie... Das wurde... Das wurde... Die Story wurde in Teil 4 und 5 ein bisschen... Wirklich. Das ist da... Ja, da wurde es... Da wurde es seltsam. Ja, ganz sicher. Das waren die Teile. Ich meine... Monkey Island war immer schon ein bisschen... Wirklich. Aber... um 4 und 5 dann auf einmal riesige Affenroboter oder so. Ich gucke, was es hinter dem Butterfall gibt. Ich gucke, was es hinter dem Butterfall gibt. Oh, hier ist eine Leine. Da können wir hoch. Mit dem Gummihuen, falls wir das noch haben. Ich glaube nicht, dass wir es noch haben. Hier ist eine große Höhle voller gar nichts. Schön. Okay. Komm, hier ist nur mit Klettern, Jana. Okay, und wir haben sie nicht. Hier kann man drauf rumklettern. Oh, hier kann man klettern. Hier kann man tatsächlich klettern. Zumindest so in der Art. Ich glaube, es ist nicht so gedacht, aber es geht. Die Wand hoch. Doch, das ist so gedacht. Ja, die Wand hoch. Sicher, weil es wirkte sehr buggy. Hier! So kann man klettern. Mit F. Ich bin hochgesprungen. Ich bin hochgesprungen. Gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Ah, hier gibt es einen Stein, den müssen wir ins Kannibalendorf werfen. Da müssen wir drauf springen. Da wir nicht damit interagieren können, wahrscheinlich nicht. Warte, ich konnte gerade irgendwas machen. Hier kann man primitive Kunst nach links drehen. Können wir nach links und rechts drehen. Hä? Oh, lol. Und dann gibt es oben einen Stein, den wir hier draufschmeißen müssen und dann Katapult. Das ist doch so. Gut, dann machen wir das, bevor wir das Dorf, bevor wir im Dorf waren. Das müssen wir, ich glaube... Äh, wir können sowas von Sachen kaputt machen, aber... Das müssen wir, glaube ich, nach dort unten werfen. Also... Wir sind zwei Personen und ich glaube, hier oben wird es einen Stein geben. Warte auf mich. Warte kurz. Ey, warte bis ich da bin. Ich... Ich warte... Nein, du... Bleib doch unten und riecht das Ding aus. Ich weiß doch gar nicht, wie das ausgerüstet wird, wenn du dich so rüstetern musst. Wir müssen es einfach probieren. Ich bin gerade dabei. Hol noch einen zweiten. wo hast du den ersten her? der war da rechts neben. hat das irgendwas getroffen oder? ich habe keine ahnung. wir werden sehen. wenn nicht müssen wir das noch aus. ja dann schmeiß jetzt. wo ist die... du musst das aus auf diese gold und auf das leuchten bringen. was das dort auskommt. und genau das. fantastisch. ja gut. noch irgendwas was wir kaputt machen müssen? nö. dann haben wir die quest abgeschlossen. ich benutze mal die seierrutsche. stimmt. die gibt es auch noch. kannst du sie benutzen? tue ich gerade. bin unten. ich komme gleich nach. moment. ich bin schon mal bei der großen statue die umgegriffen und geschubst haben. ja ja wie gesagt ich komme gleich. sofern ich sie finde. ah ja. es sind güldene affengütze. ja okay. ich gehe einfach mal davon aus wir müssen sie auf die hand legen. probieren wir es mal. mir nach. den affen nach. immer den affen nach. na das sind glaube ich diese... die gab es natürlich immer gerne nicht. aber das ist wahrscheinlich das dass du hier mit dem affen wird. der dort den quäcker anbieten musstest. und der dir dann... der sagt das gehe jetzt links und dann rechts und dann an der säurepfütze. ja klar. jawohl. okay gut. da müssen wir jetzt noch zwei weiter platzieren wahrscheinlich. ja exakt. okay das ist diesmal relativ simpel. den mittleren haben wir das heißt... das können wir auch blitzen. wollen wir zuerst zu hermanns lager gehen? ja. der ist ein guter. nein ist er nicht. ähm. okay moment. wenn wir von hier aus Richtung berg gehen dann kommen wir noch mal zu einem interessanten punkt. am besser als skybosch. hier ist tatsächlich noch was interessantes. ich habe ein hängendes skelett gefunden. aha. du hast ein monocchio gefunden. äh nein. das ist jetzt einfach wieder an deinen ausgangspunkt zurück. was hast du hier gefunden? ein hängendes skelett. wenn du nach oben gucken würdest. oh. da ist. soll ich ihn losschießen? er hat keine dimension mehr. scheinbar nicht. nein. natürlich nicht. soll ich ihm interagieren oder ist er einfach nur vor? ist vielleicht spiegler story relevant. mit quest relevant. vermutlich. komm mit zu hermann. da ist unser schiff. ich glaube hier geht es nach. im norden war noch irgendwie eine schriftrolle eingezeichnet. im buch. das heißt ich guck mir das mal an. da kommen wir doch eh. lang. okay. wir vom schiff aus den weg lang. am strand musst du irgendwo sein. ja. lass mich doch bitte jetzt erstmal das machen was ich gerade gesagt habe. machst du mal die sachen so unkontrolliert und schnell. das hilft nicht. also ich habe sein versteck gefunden aber ihn nicht. ah hier ist eine höhle okay ich habe eine höhle gefunden. und was gibt es da? ich weiß es nicht ich gucke. es gibt absolut gar nichts hier. sie ist da und sie ist eingezeichnet aber es gibt nichts hier. hier gibt es auch absolut nichts. entwicklungszeit ist wenig geworden sagste. hier gibt es ein regal mit ein paar büchern und ein schrank. ja ich guck mal hier. hier müsste irgendwo noch schriftrollen zeug sein. hier ist nichts. ah da fehlt wahrscheinlich gemeint. nehme ich an. ja cool das ist auch definitiv da. Hermanns lager. da bin ich. rück dich vor dem fluchten kerl. oha. ich habe einen verwitterten schädel. ja ich lauf durch sumpf. okay den kann ich nicht mitnehmen. ja ich komme gleich zu dir und Hermann im moment. na Hermann ist nicht hier. Hermann. der müsste eigentlich hier sein. hier müssen wir irgendwas platzieren. wahrscheinlich knapp für eine Naffenschädel. ich renne schon. vielleicht tauchte auf wenn wir einen Naffenschädel platzieren. vielleicht finden wir hier noch ein hotel. bloß nicht. wenn ein hotel kommt dann rage bitte ich. oder loot für die nächsten drei stunden alle zimmer. gab es nicht tatsächlich in irgendeiner version ein hotel von monkey islands. äh nein. das war. leger stew clary. aber ich glaube es gab. es gab irgendwie. ich glaube nicht auf monkey island. aber es gab irgendwie. es gab eine andere. auf der es ein hotel gab. auf der es irgendwie. unmöglich. ich bin zu wenig da drin. okay gehen wir mal den strand lang. dann kommen wir irgendwann. wahrscheinlich zu. also Hermann ist nicht hier. der ist in seinem lager. besteht ja auf der karte nur sein lager und. deine NPC haben sich abgesperrt. ja ich weiß aber nicht ob das hier das lager ist. oder ob wir dann zum lager gleich noch kommen. das ist sein lager. oh ich kann hier platz nehmen. nein hier hinten. hier hinten geht es lang. hier hinten geht es lang. warte ich höre mir gerade die erinnerung an. oh der bananenbaum. wo ist das der bananenbaum? der eine? da muss man irgendwie bananen. äh. ja hier hinten geht es tatsächlich zu Hermann. oh das ist der gute. Das war's. Das ist der einzige, der hier überhaupt ist, auf dem Monke Island. Das ist der einzige, der hier überhaupt ist, auf dem Monke Island. Hey, 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 hey. Ist das ein Vulkan dort hinten? Das ist meine neue Basis der Operation. Well, es wird sein, wenn ich es fertig bekomme, jetzt, dass ich die Materialien endlich bekomme. Dann kann die Bar entfölken und ein Vulkan. Siehst du, ein junger Klown namens Trü... Hey! Ich würde nicht erwarten, dass du mein Arbeit mehr als Driftweed verholt hast. Das Hubris führt letztlich zu Kalamitie, ich denke. Oh, ich... Hast dir einen Todeswiss, hey? Nein, ich bin nicht auf der Suche nach einem Jax-Versteck. Das haben wir schon gefunden. Ah, das riesige Wattestäbchen, ah, das ist großartig. Ich glaube, sie haben gedacht, ich musste einen Spitz finden. Wer bist du, mein Papier? Das ist alles wegen dieser Thiefen, ich muss ihn verwendet haben, es wäre nicht so schnell. Du behältst dein... Ich sagte nein. Noch anwesend. Die Falle ist der Zettler, ja. Ja, cool. Ich habe keine Ahnung, ich habe nach der Hälfte von seinem Gelaber abgeschaltet. Wir müssen nur einen Köder reinlegen, für eine Pfanne. Äh, ja, seine Affensuppe. Das heißt, wir müssten ihn irgendwie ablenken, oder irgendwas anderes machen. Ah, hier ist die Schlucht. Wo ist die Schlucht? Die Leiter runter. Geht doch auch so. Oder so. Ja, das ist eine Schlucht. Mal gucken, was es hier so gibt. Sieht schluchtig aus. Ja, sieht sehr in einer Schlucht aus. Schlucht. Zum Aufschließen sind Schlüsse zum Vorratsnahrer erforderlich. Ach, okay. Das ist das Lager von Hermann. Gut, alles klar. Das heißt, da müssen wir ran. Dafür brauchen wir einen Schlüssel und... Müssen wir irgendwo her. Wollen wir erstmal den zweiten Affengötzen suchen. Und dann um Hermann kümmern. Du hast meinem sehr, sehr lieben Vorspiel gar keine Wachtung geschenkt. Nein, habe ich auch nicht. Ich habe es auch nicht gehört. Aha. Fantastisch. Ich bin leider zu sehr investiert in dieser sehr komplexen... Ich glaube, wir müssen dort weiter in die Richtung, wo du nicht gehst. Da müsste es am Strand weitergehen. Hier. Wollen wir zum Strand? Wir müssen die Affenköpfe noch nicht sind, soweit ich weiß. Hier am Strand. Hast du die Karte überhaupt mal nachgeguckt? Ja, hier. Sie ist... Ja, sie ist da. Ja, am Strand nicht wirklich, aber... Eher am inneren. Ja gut, wir können zum Strand... Wir können ja den Strand entlang gehen, jetzt zum letzten Ding. So, Nachricht kurz lesen. Und dann können wir uns von da aus orientieren. Das geht ja. Lies Kay noch mal mehr. Aha. Ich hoffe, ich habe hier nur kurz durchgeskippt, damit ich da überhaupt irgendwas habe. Oh, da hinten geht es noch weiter. Da gibt es noch eine Kiste. Da hinten geht es hoch. Ja, zum Kater. Gut, aber erstmal müssen wir jetzt... Wir sind jetzt hier bei dem Stein. Da hinten an der Strand. Das heißt, das ist der Stein, der angezeichnet ist. Das heißt, von dem Stein müssen wir links lang und dann können wir hier den Abkopf finden. Wir müssen da links sowieso noch irgendwann hoch. Für wir doch später. Ja, wir müssen... So, wir sind jetzt hier am Stein. Das heißt, den Stein lang und dann müssen wir ihn irgendwo hier finden. Ah ja, an auffälligen Punkten. Genau da. Cool. Oh, da oben. Das machen wir nicht... ...den Stein werfen. Nein. Wie kommen wir da lang? Kannst mal schließen. Weiß es nicht. Das ist nie die Lösung gewesen. Auf was? Auf den Affenkopf? Hier, bitte. Auf Seil dachte ich, aber... Okay. Äh, das hier... Äh, es... Wir können auch aufs Seil schießen versuchen. Aber das war bisher noch nie die Lösung. Wir haben hier kein Arsenal zum Nachfolgen. Ich müsste mal hier den... Kann man mit irgendwas hier interagieren? Ich müsste mal den Griff hier erschweren. So würde ich mir vorstellen, dass man hier... Schon klar, aber können wir... Wir können doch mit irgendein... Wir können doch mit gar nicht hier interagieren. Dann gucken wir uns mal in der Umgebung um. Bei dem anderen kam es ja auch... Wir müssen weiter entfernen. Gehen wir zum Krater. Der sieht so aus, als würde man da was werfen können. Warte, ich guck mal hier noch. Also werfen bestimmt nicht, aber... Irgendwas wird hier in der Nähe sein. Ich gehe zum Krater. Das letzte Mal hat sich's auch... ...gefunden, nachdem wir weiter gründet haben. Ja, ja, genau. Danger Snippery. Noch... Noch macht es ja Spaß. Hier macht was Spaß? Noch ist es zumindest nicht nervig. Sagen wir's mal so. Das ist das beste Lob, was man von Mordi kriegen kann. Wenn etwas Mordi spaßig ist, ist da schon... Ist der Auszeichnung wert. Nee, das geht nur für Sea of Thieves. So was wie Cyberfang finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Das mag ich sehr gerne. Im Moment. Spiel ich auch wieder. Das Update 2.0 ist einfach so gut geworden. Hm, ich glaube, wir müssen da dran. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Schwimmen. Kann man nicht... Ich wollte gerade sagen, kann man nicht einfach schwimmen. Man kann einfach schwimmen. Ja. Schwimmen. Weil ich sah den Schlüssel. Ah, cool. Und der Schlüssel ist hier irgendwo unten drunter vergraben. Beziehungsweise... Im Wasser wahrscheinlich. Ja. Gut, das ist immerhin Müll. Nahrung zum Kochen benötigt. Ich hab keine Nahrung. Ich hab eine Seilrutsche nach unten. Er ist unter einem Stein unter Wasser versteckt. Und hier brauchst du noch einen Schlüssel. Hab ihn. Und ihr sah einen Schlüssel. Nee, das musst du machen. Äh, ja, ich hab ihn. Wie gesagt. Der Witz war fast lustig, dass er den Schlüssel unter einem Stein vor der Haustür versteckt hat. Zutat benötigt, um den Entwurf fertig zu kochen. Ja, ja. Mein privates Rezept von Hermann Schulfurt. Was wollen wir? Bananen. Bananen Suppe, Rezept für selbstgemachtes Sonnenöl, Rezept für Bananen Schmierer oder Rezept für Briebe und Beeren Risotto. Was wollen wir? Wir wollen den Bananen Eintopf. Bananen Suppe oder Bananen Eintopf? Bananen Eintopf. Okay, Bananen Suppe gibt's hier nur. Dann eben Bananen Suppe. Erstens, man nehme alle Bananen, die diese diebischen Affen nicht gestohlen haben und schäle sie dann. Den Bananen Pflücker von Fodim verstecken und die Bananen dann in die dünne Scheiben schneiden. Oder Bananen Pflücker aus dem Kannibaren Dorf. Das weiß ich. Zweitens, eine Kokosnuss ausfüllen, die Milch zusammen mit einem Glas Wasser in den Topf geben, eine große Handvoll Getreideflocken hinzufügen und rühren, bis es so gut wie Hafersteim ist. Die Bananenscheiben unterrühren. Drittens, den Saft. Was für die Bananen schmiere? Den Saft einer Mango auspressen, erhöht die Haltbarkeit. Ich weiß auch nicht, warum das funktioniert. Weiter rühren und rühren, wie der Endlosekreislauf des Daseins. Viertens, wenn es zu dick ist, eine Flasche Rum hinzugeben. Wenn es nicht zu dick ist, die Flasche Rum trinken. Fünftens, in das Glas füllen, mit Wachs versiegeln und im Vorratslager abkühlen lassen. Tür muss fest zugeschlossen werden. Aha. Ein Bananenschmiere haben wir hier. Etwas Hölz sammeln, den Ofen anzünden und drei reife Bananen nehmen. Diese auf den Herzen legen, bis sie ganz geschwärzt sind, wehmütig in den Rauch starren. Zweitens, in einen Topf mit kochendem Wasser geben und köcheln lassen. Drittens, zwei Kokosschalen ausfüllen, in der Sonne trocknen und in den Topf geben. Ich habe genug in meinen Vorratskisten. Ich sollte ein paar zur Palisade mitbringen und zu meinen müden Füßen schonen. Viertens, das Mineralöl hinzugeben und umrühren. Ich habe keines mehr, müsste irgendeinen Ersatz finden. Fünftens, in ein Glas auffüllen, solange es noch heiß ist. Nur zieht es an mich selbst, die Masse dient der Pflege meiner Fallen und ist nicht für den Verzehr durch Menschen geeignet. Man muss schon ein echter Rohlkopf sein, um auf die Idee zu kommen, dieses Zeug zu essen. Aha. Hier müssten irgendwo Kokosnüsse sein. Banane. Ich habe eine Banane. Brauchen wir zwei weitere. Äh, die sind alle hier. Wir müssen, glaube ich, hier jetzt wirklich den Eintopf fertig machen. Also, ja, wir brauchen, denke ich, Kokosschalen und das ganze Zeug. Ich habe die Kokosschale reingepackt. Gucke, ob wir Banane... Wir brauchen zwei Kokosschalen, ne? Ich habe eine gerade reingetan. Dann die Banane komme ich nicht ran. Was hast du hier reingepackt? Banane hat ein Vorratsfach. Ah! Die... Die hätten... Wir brauchen hier draußen Feuer. Also, das Kokosschalen ist gut. Oh, hier sind Bananen drin. In der Kanonenkiste sind 500 Bananen drin. Ja, in der anderen Kiste hier auch. Also, Bananen haben wir genug. Äh, Holz... Aber ich kann hier nicht reinparfumieren. Muss die gekocht sein, oder? Nein, wir brauchen hier... Wir müssen hier draußen Feuer machen. Wir müssen uns hier draußen kochen. Ich brenne. Wir brauchen noch zwei weitere Bananen. Eins, zwei... Ich muss die Banane mal nehmen. Nein, musst du nicht. Wir müssen sie doch schmerzen lassen für das Öl. Okay. Wichsöl. Na, Zutat hinzufügen. Für diese Scheiß... Für diese Scheiß Schmiere. Okay, eine Banane ist drin. Eine ist drin. Au. Brennen ein bisschen. Ich glaube, ich muss das ganze Ding nochmal lesen. Moment. Eine Banane ist schon drinnen. Mach mal die zweite. Wir müssen sie nur schmerzen lassen. Das heißt, dann wieder rausnehmen, wenn sie komplett verbrannt sind. Und dann... Ne, die zweite Banane ist drinnen. Ne, die dritte kann ich gerade mal reinpacken. Ne, wir müssen... Ne, wir müssen... Du hattest tatsächlich recht. Wir müssen sie nehmen. Wenn sie verbrannt sind. Ey, kannst du mich mal gerade wieder begeben. Ich bin ein bisschen verbrannt. Ich hab's gesehen. Du brennst aber auch gerade. Ja, was passiert. Gut, äh... Ich packe die dritte Banane hier rein. Nein, es sind... Ich hab doch gerade gesagt, wir müssen die Banane hier drin schwärzen lassen. Ja, hab ich doch. Wir müssen sie nicht drin im Eintopf machen. Wir brauchen noch eine Kokosnuss, schade. Okay. Dann... Dann gucken wir mal. Leeres Behältnis. Ah, dann müssen wir da die Suppe hinfüllen. Und das fettig ist. Ja, das leere Behältnis, das hab ich auch schon gesehen gehabt. Gut, Kokosnüsse. Wo kriegen wir Kokosnüsse? Such mal eine Kokosnüsse. Ich guck mich mal weiter um. Hier ist ein Stuhl. Schön. Haha, ein Stuhl. Kokosnüsse hier. Sehr schön. Und den Topf packen wir jetzt. Ja, ich muss erst mal zurückkommen. Dann brauchen wir noch Ölersatz. Wo kriegen wir Ölersatz her? Äh, weiß ich. Ich hab ein leeres Behältnis. Ölersatz. Vielleicht auch hier irgendwo. Vermutlich. Ich hab jetzt die... Kokosnüsse draußen irgendwo im... Dingensal gefunden. Also drei Bananen und zwei Kokosnüsse sind drüben. Jo. Ölersatz. Ö... Vielleicht in der Pfanne. Ja. Nee. Offensichtlich nicht. Ich könnte mal versuchen zu angeln. Vielleicht findest du im Wasser was. Ich wollt grad sagen. Vielleicht ist das die Lösung. Das woran man jetzt nicht zwingend direkt denkt. Erstmal ein paar Bananen. Es gibt tatsächlich Fische hier. Vielleicht kannst du ein paar Fische kochen. Oder was Öl machen. Wollte ich grad sagen. Wenn wir Fisch ausbringen, dann müsste es Öl geben. Ich muss dann schwarz kochen. Na komm. Hey. Okay. Es war auch eine lächerlich dumme Position zum Angeln. Muss ich zugeben. Ich hab leider eine... Ich kann nicht angeln. Ich hab was in der Hand. Ja. Du kannst dich ja weiter umgucken. Vielleicht findest du was anderes als Ölersatz. Ich geh mal hier den Berg hoch. Da war ich schon. Da hab ich ja die Kokosnuss her. Ich nehm jetzt noch Bananen. Ich hab Angst vor jedem Schrank. Den ich öffne. Es könnte ein Stand-Dorn sein. Er wird sich bemerkbar machen. Er kann gar nicht anders. Die Gefahr ist relativ hoch. Das sind Schränken. Stands drin sind. Und ich wette, er wird nochmal auftauchen. Früher oder später werden wir hier in einem Schrank. Muss. Tja, hier nix. Oh, du kannst einen Stuhl zur Hilfe verarbeiten. Kommt drauf an, wie schwer der Vorbesitzer war. Wenn er sehr, sehr viel... Wenn er sehr, sehr fett war und sehr viel geschwitzt hat, dann vielleicht. Wir wissen beide, wie wahr das ist. Ja. Ich schmitte sie jetzt gerade. Ich nicht. Bei mir ist es relativ kühl heute gewesen. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich weiß nicht, ob der was bringt, aber... Nimm ihn mit. Wie kannst du denn eine Pfanne packen? Ich bin dabei. Hier ist die Pfanne. In diese Pfanne. In das Feuer. Achso, in die Pfanne. Einmal kochen. Ich kann ihn leider auch nicht nehmen. Aha. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil ich full-on Nahrung bin gerade. Du brennst schon wieder. Du brennst wieder. Ich gehe mich löschen. Weißt du was? Ich mache wieder den üblichen Move. Ich werde jetzt einfach gucken, was die Lösung ist. Ja. Ich habe ein Verhältnis in der Hand. Ich denke, dass der Topf wurde es nachher rein sollen. Herrmanns Merkzettel. Ein sehr verblästert Zettel. Der Inhalt. Ersatz Kokosnusschalen hängen in den westlichen Baumkronen des Dschungels. In der Nähe der Mastfälle auf dem Seil achten. Okay. Na, aber die Krühe, das haben wir ja schon. Das bringt ja nicht viel. Ja, cool. Wir brauchen das Öl. Das Öl gab es leider keinen Hinweis. Hier gibt es hier irgendwo an das Zettel. Hier sind noch zwei. Hier gibt es noch zwei, die man nicht lesen kann. Mein Räupalizade ist fast fertig. Ich habe sehr viele sicher zu machen. Oh, selbstgemachtes Sonnenöl. Natürlich. Ah, das ist ein einziges eigenes Rezept. Okay, das brauchen wir dafür. Nach roten Heringen angeln, alles Gefangene klein schneiden und ein paar Wochen in der Sonne liegen lassen, bis es schlimmer stinkt als die stinkenden Blumen. Den steigen durch ein Passiertuch oder ähnliches in ein Glas gießen und Fischöl zu extrahieren. Klettern auf die Palisade ins Wasser gefallen. Gut, es ist im Wasser, du hattest recht. Einen roten Heringen müssen wir zuhören. Ehre, wem Ehre gehört, du hattest recht. Ich muss ins Wasser. Und nach Sonnenöl suchen. Da war ich aber eben schon. Ja, aber hast du auch jeden Stein umgedreht? Warte, den ersten, den ich finde, ist das... Nö. Im Wasser sagst du, ist nischt. Ja, hier ist offensichtlich nichts. Vielleicht ist der Crash Trigger noch nicht gespawnt. Beim Klettern auf die Palisade. Vielleicht ist er woanders reingefallen oder anderes. Ich bin am gucken. Moment. Kletter mal auf die Palisade, vielleicht. Ist ihm doch nicht reingefallen, sondern liegt noch auf der Palisade oben drauf. Vielleicht ist er eben dort ins Wasser gefallen, Modi. Dort in dieser Richtung. Das könnte linkbar sein. Und dieses Wasser dort in den Ozean. Deswegen gibt es hier auch eine Seilrutscher. Aua. Ah, walk down the crater. Okay, es ist tatsächlich im Wasser nur an einem anderen Wasser. Aua, hier unten? Vielleicht. Ne, wir müssen tatsächlich zurücklaufen. Zum Meer? Nein, nicht ins Meer. Hier ist eine Seilrutscher. Sehr lustig. Cool, wir kommen hier auch nicht mehr wirklich weg. Das heißt, ich muss oben lang und dann auf der anderen Seite runter. Okay, alles klar. Aua. Gut zu wissen. Okay, ich guck mich hier schon mal um. So, in dieser Lücke hier ist das. Wo bist du? Sonnenöl. Ich bin bei der Palisade. Dieser kleine Gap, den man überspringen musste. Da ist das runtergefallen. Okay, ich bin hier unten an der Armeer. Ja, ich gehe schon mal ein bisschen weiter und dann kommst du einfach nach, würde ich sagen. Äh. Ziemlich ganz schick hier. Ist ganz hübsch, die Höhle. Guter Wasser fällt, die Höhle, oder? Nein. Wie gesagt, wenn du hoch gehst, wieder zum Krater, dann hast du so einen kleinen Punkt, an dem du überspringen, so eine Lücke überspringen musst. Da musst du runter. Okay, ich komme gleich nochmal hoch. Ich schwimme hier erstmal ein bisschen. Naja, ich suche mich. Du musst sowieso auf mich warten. Ich habe das Behältnis, wo die Creme rein muss. Ich will ja auch nicht den ganzen Content wegnehmen, so. Ich habe das Sonnenöl. Dann, tu das gleich mal in die Suppe rein. Warte, kann sich nur noch ein Stunden handeln, denn ich schwimme hier durch den halben Ozean. Okay, soll ich schon mal reinfüllen? Du kannst auch noch fünf Minuten warten, bis ich wieder oben bin. Ich kann auch fünf Minuten warten, das ist kein Thema. Wow, ich muss eine halbe Inselumrundung machen, um wieder an den Strand zu kommen. Okay, bin wieder am Strand. Yay. Sneak-Modus aktiviert. Oh, da geht's so hoch. Oh, da geht's so hoch. So, und wo ist die Lüder jetzt? Äh, wenn du jetzt... Bist du schon hochgekommen? Bin bei der Leiter. Ja, dann lauf einfach mal weiter. Da ist eine Hänge oben gekommen. Ja, bis... Ja, genau, jetzt lauf noch ein Stück. Ach, hier steht ein Schild am Sun-Tarn-Spot. Da steht... Den haben wir vorhin übersehen. Da steht Sun-Tarn-Spot auf dem Schild. Molly. Ja, cool. Wenn du mal hochkommst, dann... Das Wasser ist angenehm. Ich kann hier nicht hoch. Ja, wie gesagt, ich hab die Sonnen-Creme hier. Da steht... Da steht literally auf dem Schild Sonnen-Creme. Ja. Sonnen-Creme. Ja, wir sind dumm. Ja. Wir sind einfach dumm. Oh, guten Morgen. Hallo 1579. Aha. Okay. Interessanter Name. Schöner Name. Ich trinke hier. Dann geht's hier raus. Da geht's wo raus. Da, wo du gerade bleiben bist. Ah, wir sind hier. Ach, Molly. Hier bin ich... Hier war ich gerade eben. No way. Den ganzen Weg hier. Ich war hier gerade. Da bin ich von... Molly, ich bin durch die Wasserfälle runtergesprungen und bin hier in diesem Becken gelandet, wo wir gerade rausgekommen sind. Oh, nein. Wow. Ich bin zum Meer rausgeschwommen. Oh, Gott. So, ich hab mich kurz verirrt und dann gönnen wir jetzt die Leitern hoch und das Ding da reinfüllen. Das war etwas unnützer. Und ich bin auch zum Ozean raus und nicht hier rein. Das ist... Oh, Gott. Das wäre wahnsinnig dumm. Ja. Und hat Tallo heute Geburtstag, oder? Warum hat der einen Kuchen neben seinem Namen? Es ist möglich, dass das eine Twitch-Funktion ist, ja. Entweder das oder ein Emoji. So ein Teil des Namens. Ach, teilgenommen am A-Place. An einem Kuchen hat er teilgenommen. Er hat den Kuchen gesetzt. Hast du irgendwas bei A-Place mitgemacht? Nein, ich hab die Transflagge verteidigt. Mit vielen anderen Leuten. Die hat sogar bis zum Schluss ausgehalten. Das war ziemlich... Das war eine kleine Transflagge, aber... Sie hat es mit Blaha drin... Mit Blaha... Und vielen anderen Sachen. Ach, das, ja. Die relativ in der Nähe von dem Gronkh-Dingens. Ja, ich weiß, das hat alles auch bei mir auf dem Film. Ich glaube, ein, zweimal hab ich auch mit... Das war ein... Ich hab mitgesetzt, weil das nichts zu tun war. Aber da hab ich kein Achievement oder keinen Twitch-Badge für bekommen. Okay, frische Bananenschmierer. Gut, an die Kanone. Hä, müssen wir uns feuern? Ja. Die... Alte Kanone einfetten. Ich dachte, das brauchen wir für die... Jetzt musst du was schießen. Ja, ich muss was schießen. Ach, da kannst... Und damit kannst du das Ding dort... Die, die... Das unten... Ich geh schon mal runter. Exakt. Das Bananenfett brauchen wir jetzt auch noch für die... Für die... Ich nehm das Bananenfett noch mit. Wollen wir für die Falter. Wenn's noch da ist, dann klar. Ich hab's in der Hand. Treffer. Nee, das war daneben. War das ein... Nee, du musst noch ein bisschen mehr nach rechts. Warte, ich sag dir, wo du hinziehen musst. Steh direkt davor. Nee, daneben. Oh, ah. Getroffen. Genau so. Den Affenkopf musst du leider nehmen. Ich hab schon was in der Hand. Jaja, ich springe schon runter und werde dabei wahrscheinlich sterben. Ein rostiges Schloss, etwas Kleines könnte hineinpassen. Oh nein. Guck mal, ob du noch einen Schlüssel findest. Ups, ich respawne. Wir brauchen einen Schlüssel. Einen kleinen rostigen Schlüssel. Moment, ich gucke. Ich gucke, ich gucke. Bei Missionen. Da hatten wir eine Liste. Vielleicht hat er was zu tun. Die Kanone hat zwar den Mast, aber nicht den Käfig zerstört. Allein vom Goldzahn. In Fluch, Pech bei der Verfolgung von Goldzahn. Wohin ich auch gehe, hätte nie die ganzen Schuhe stehlen sollen. Doch nicht die, die sie trugen. Keine Käpt'n Bixi mehr, die uns Befehle gibt. Beinahe ein Stück geschossen von frischen, fleischigen Piraten. Ganz allein aber, wenn Benhard Goldzahn erspäht. Ich kenne das Schiff. Ich kenne es ein neuer Anfang. Der Chugs-Leute sind ziemlich grimmig, aber sie waren neu im Steyr. Sie brauchten Gold. Truf als Führer brachten mich an Bord. Wurde gut behandelt, zumindest eine Zeit lang. Das gibt gar keinen Sinn. Hätten sie nur gesagt, dass Monkey Island der Chugs-Germes versteckt ist, hätte ich nie meine Klappe so weit aufgerissen. Jetzt schnüffeln noch mehr Piraten umherum. Tote noch dazu und suche nach Gold. Und Chuck sagte, ich solle in den Fallen des Schiffsbrüchens aufgehängt werden, bis meine Knochen ausbleichen. Nur Bob hatte Erwarmen und gab meinen Schießpülber Fruchtgummi. Bob sagte, es würde mich aus der Klemme holen. Zwinker, zwinker. Keine Ahnung, was er damit meinte. Aber es war wirklich nett von ihm, mir eine letzte Mahlzeit zu geben. Ich habe es mir vorerst auf. Ich hebe mir es vorerst auf. Ob hier vielleicht hat er einen Gummi? Ah ja, der hat den Hals. Kannst du es aufheben? Benutzt das Bananenfett noch eben, um das rostige Schloss nicht mehr rostig zu machen und dann müsste das gehen. Kann ich gar nicht. Dann leg es... Ja stimmt, ich kann es einfach hier. Ich muss sprengen. Darauf schießen vielleicht. Ich weiß nicht. Bananenfett drüber vielleicht? Kannst du irgendwas damit tun? Nö. Ich weiß nicht, ob da noch Bananenfett drüber ist. Oh mein Gott. Was müssen wir machen? Das Licht der Insel reflektieren genau hierhin. Oh, einen Spiegel. Ich kenne einen Spiegel, der reflektiert. Aha. Auf der anderen Seite der Insel. Ich hoffe, da ist noch Bananenfett drüber. Oh Gott, das ist so blöd. Ich gehe mal zu Hermann. Oh Gott, das ist so blöd. Da fette mal das ein. Oh Gott, das ist so blöd. Okay, wo ist die Rauchsäule? Da, wo ich bin. Guck auf, oder nicht? Hier ist ein Kochfass. Schade. Ähm, gut. Machen wir erst mal das mit dem Fett, wenn du es eh noch hast. Ich hoffe, vielleicht ist es auch leer. Du hast es noch, wenn du es noch in der Hand hast, dann ist gut, weil es gibt hier irgendwo Schädel, die man irgendwie lösen muss mit dem Fett. Ich hoffe, es ist noch was drunter, sonst müssen wir nochmal hochkraxen. Nur südwest von den, nur südfest von den, den ganzen Käfigen. Kühler zum Verbreiten der Funde erforderlich. Schön, dass die Chance mit jemandem zivilisiert zu sprechen. Es ist alles wegen dieser Theven. Ich muss ihn verwendet haben. Es wäre nicht so fett. Du? Ich habe gesagt nicht. Also hier kann ich nichts mit dem Fett machen. Ja, wie gesagt, ich habe gerade die Lösung gesehen, wir müssen andere Dinge tun. Kann ich mit dem Fett noch was machen hier, oder? Ja, das habe ich, ich habe doch gerade gesagt, ich gucke doch gerade. Ich dachte, das gehört zum Köder hier. Das wäre der Köder. Nein, tut es nicht. Der Köder ist der Eintopf, den er gerade macht. So. Den können wir es nicht nehmen. Südwest, hier die Richtung. Alles klar. Ich Eider. Ah, hier. Die verwitterten Schädel sind die Lösung für dein Fett. Ich Kummer. Und was machen wir mit dem Spiegel? Wir müssen zur Black Pearl und von da aus was reflektieren. Oh je. Ja. Wie gesagt, meine Spontraste funktioniert nicht. Die Schädel kannst du einfetten, dann kann man sie lösen. Kann ich auch so lösen. Nein, kannst du nicht. Ah, Pfeile entfettet. Und den anderen kann ich nicht entfetten. Der mittlere war auch schon richtig. Alles gut. Und du? Oh, ich habe kein Fett mehr. Ja. Dafür brauchen wir das Monokel. Okay, gut. Oh Mann, ist das dumm, aber... Ich habe keine Idee. Ja, ich auch nicht. Ich habe ja Gott sei Dank den Guide, wo ich mir immer mal wieder Anstöße für Anfänge hole. Sonst würde es hier 10 Stunden dauern. Deshalb habe ich ihn auch auf. Da hatten wir uns ja glaube ich beim ersten Ding darauf geeinigt, dass das vollkommen okay ist, wenn wir das machen. Ich verrate dir mal was, glaube ich, kein Geheimnis ist, dass an manchen Stellen, wenn ich Monkey Island gespielt habe und wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, gerade wenn ich Point & Click Adventures und Rätsel spielen spiele, dass da die Komplettlösung auch offen habe. Aber das ist einfach, die meisten Sachen, also manche Sachen kriege ich auch selbst hin, aber einfach fürs Let's Play will ich einfach nicht, will ich einfach nicht fünf Stunden an einer Stelle rumhängen. Und da ist es halt einfach, da macht es Sinn, da mal schnell kurz in der Komplettlösung nachzugucken und so zu tun, als wäre man selbst drauf gekommen. Das ist einfach das erste Mal Monkey Island spielen. Aber ich meine, die meisten Rätsel habe ich schon selbst geschafft. Ich glaube wir müssen den Spiegel hier reflektieren. Ja, ich hole das Monokel, Moment. Können wir den ausrichten, den Spiegel, oder? So, ne, wir müssen das Monokel auf dieses Ding setzen, hier. Ja, exakt, und deshalb hole ich es auch gerade. Was sicherlich die Lösung ist, auf die jeder kommt. Sofort. Ja, was sonst? Aber, von hier aus soll das klappen? Ist es dort drüben das Schloss anzündet? Äh, verstehe ich nicht. Über Spiegel. Gibt es hier noch mehrere Spiegel? Ja, ich glaube schon. Ich habe das Monokel und ich komme gerade wieder. Das sind halt so dämliche Lösungen. Ich bin so froh, dass es Spielredakteure gibt, die das hier für uns durchmachen mussten. Komplettlösungen sind schon was sehr geiles. Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr froh, dass die Leute von GameStar diese Scheiße tatsächlich spielen müssen, damit wir die Lösung haben. Aber ich habe jetzt nur so einen Spiegel. Vielleicht hier auf den Schrank? Äh, Fuß... Ne, es... Wir brauchen keinen Spiegel. Wir brauchen jetzt erstmal ein... Dingens, ein... Spyglass. Und dann... Also ein Fernrohr. Und dann... Müssen wir mal gucken. Die Filmen... Was ist hier nicht der Monokel rein? In die Hälterung? Naja, wir brauchen erstmal ein... Altes Fernrohr. Wir haben ein Fernrohr bei uns selbst im Inventar. Das funktioniert nicht, das habe ich schon probiert. Wir müssen jetzt zu diesem... Zeug, wo der ganze auf dem... Mist rum lag. Und da müssen wir irgendwo suchen, bis wir ein Fernglas finden. Aha. Also da, wo der alte Kompass und das Zeug... Hast du schon Schlüssel für die... Für das Versteck von... In der Schlucht? Ne, wir machen aber erstmal das hier. Wir machen erstmal das hier, weil... Ich... Ich wiederhole meine Aussage. Ich weiß, wo das zu finden ist. Ich finde nur nicht, wo wir es finden. Aha. Na dann, ich folge dir. Ja, such nach dem... Haufen Mist, den wir irgendwo im Dschungel gefunden haben. Was für ein Haufen... Der alte Kompass und das... Der alte Kompass und das ganze Zeug. Für 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 Müsell Wir Was ist das hier, der Turm? Hier ist ein Huhn. Nein, das war der andere Turm. Aber hier war es auch in der Nähe. Hier ist ein Nackerschlüssel. Ich habe einen Nackerschlüssel gefunden. Oh, lol. Zum Vorratslager. Ja, gut. Genau. Gut. Ich habe den alten Kompass unter dem Scheiß gefunden, das heißt, wir... Soll ich mal, dass es dann mal zum Lager gehen und das Lager abschließen? Ich habe einen Schlüssel. Ich würde gerne erst mal das Fernrohr tatsächlich finden. Na, wobei, ich finde ja jetzt den Ort wieder, das heißt, wir können auch ins Lager. Wenn ich den mal hinfinde. Das war übrigens in einem Huhn drin. Oh, hier, hier leuchtet was. Mordi. Hier, wo ich bin. Ja, die Leuchtsachen, das sind die Refektionspunkte. Ja. Wie das Skelett tut in dem... ...10eskelett. Ja, das hat eben das Reflektieren in der Hand, das heißt, von da wird das Licht wahrscheinlich dann weggehen. Das heißt, hier müssen wir was ausrechnen, später vermutlich. Wow. Ich bin übrigens direkt hinter dir. Ja, das Lager war, glaube ich, dort irgendwo. Ja, direkt bei Hermann, ne? Ne, in der Schlucht war das. Das war nicht in der Schlucht, also. Ja, und die Schlucht ist direkt bei ihm. Und den Schlüssel, den ich in der Hand habe, der ist für das Lager in der Schlucht. Ah, das Fernrohr, ich habe es gefunden. Sehr schön. Äh, warte mal, dann machen wir das nachher. Und wo ist der Unterschied zu unserem Schlüssel? Äh, zu unseren Fernrohr. Es ist alt und hier können wir noch... Oh, einen Moment. Okay, wir müssen da hinten was aufbauen. Oh, oh. Ich bin auf der Fall schon seit der Schlucht. Das dachte ich mir. Ja, ich habe keine Ahnung, wir machen jetzt erstmal die Schlucht. Ich bin schon dort. Ich komme, ich habe nur das Helnglas eben montiert. Und ich warte auf die Meldung, hey, Monoculus respawns. Na dann. Wenn du Feuer aufgeladen bist, kannst du noch runterpfen. Hm? Ja, ja, ich bin auch runtergesprungen. Ich glaube, ich habe mir nur das Bein gebrochen. Ich kann mich nämlich gerade kaum bewegen. Ich bin auch lower HP. Du hast Bananen, also du kannst dich hochheilen. Nee, habe ich nicht. Hast du keine Bananen mehr? Nee. Die kälte Bananensuppe. Die brauchen wir. Haben wir. Kannst du dir auch eine mitnehmen? Ja, wir haben schon einen von denen. Ich fülle mir meine Bananen mal eben wieder auf, wenn es geht. Gibt es hier Bananen? Ja. Lass mir auch einen übrig. Hier sind überall welche. Ah, ich habe die Suppe in der Hand. Ah. Ja, die Suppe brauchen wir, damit wir den Affen fangen können. Der jetzt gleich bei der... Ja, damit müssen wir Köder machen. Müssen wir als Köder führen. Ja, jetzt komm mit. Ich weiß ja, wo das Zeug ist. Du hast die Suppe geklaut. Ja, ich habe die Suppe mitgenommen. Wobei es wäre lustig, wenn ein Affe die jetzt einfach geklaut hätte. Ich bin vor dir. Ja, ich kann ja auch nicht spenden. Weil dieses Glas einfach so schwer ist. Mhm. Es fällt mich davon ab, schnell zu gehen. Hatte ich vorhin auch. Ich weiß. Das ist einfach... Du bist überladen mit dem... Mit dem Glas lernt. Du kannst nicht sprinten, weil du zu viel trägst. Willkommen zurück in Skyrim. Es gibt ja sehr ein Ensemble. Es gibt ja sehr ein Ensemble. Gut, ich habe gesuppt. Das heißt, wir warten jetzt. Und da ist ein Affe. Er tritt aber nicht in die Pfanne. Er tritt nicht in die Pfanne. Der Fall funktioniert nicht. Ah, da ist jetzt du. Er fällt in die Falle. Hast du vielleicht irgendein Gefäß, womit du ihm die Suppe geklaut hast? Nein, warte drauf. Herrmann fällt gleich in die Pfanne. Hast du Hermanns Tromschlüsse? Der Mönchel hat sich mit euch verstanden. Und dann... Und dann... Oh, gut. zurück. Hey! Was ist die beste Idee? Du nimmst das Hilfe? Weil ich es nimmst. Du hast einen Schlüssel? Hier ist eine Truhe. Irgendwas in der Nähe könnte sie aufschütteln. Moment. Irgendwo hier müsste ein Schlüssel sein. Vielleicht bei ihm. Hey! Das war zum Mittagessen. Hey! Das war zum Mittagessen. Aha. Jetzt, schau. Du hast mich mit dem Schlüssel zerbrochen. Lass uns den Schlüssel. Niemand macht nur Dinge besser. Ich habe die Schlüssel. Ja. Und da ist eine Karte. Du bist nicht wirklich hier, um mich zu retten. Du bist nur ein anderer Schlüssel, der hier ist, um meine Robo zu retten. Na gut. Gut. Du musst es in der Karte haben. Wir müssen uns Buch. Ja. Du bist schlimmer als die Sonne für nichts, Islander. Du bist schlimmer als die Sonne für nichts, Islander. Aha. Ja, Brücke über die Schlüssel. Links und zum Schwein. Ist da was drin? Nö. Ich habe mir die Nase auf dem Pfad mit den bestinkenden Blumen zugehalten. Und wo stinkende Blumen hier? Hier vielleicht? Vermutlich hier. Ja, sieht mir genauso aus. Einen seltsamen Blumen-Schnuppton. Die Blumen riechen ecklhaft. Ein wirklich furchtbares Aroma. Die Statue hat versucht, mich herumzukommandieren, aber ich höre nicht auf Affen. Also mache ich weiter. Nicht den Affen folgen. Nicht den Affen folgen. Ja, ja. Ich weiß. Hier. So. Ich höre nicht auf Affen. Also durcheinander. Gut. Fass. Du musst ein Fass sein. Oh. Wir können ins Fass greifen. Willst du? Sehr gerne. Was auch immer in diesem Fass ist, ist scharf und schafflich. Autsch. Es ist dein Oktopus. Aha. Scharf und schafflich. Ah nein, hier kalt und matschig. Nachdem, was du hier geraten musst. Lieb auf dem Weg, nachdem ich auf die Zeit achtete. Also eine Uhr. Ich muss irgendwo eine Uhr rumgehen. Ja. Die kaputte Uhr. Ne Quatsch, das ist der Kompass. Aber die Uhr war auch hier irgendwo, ne? Bei der Flagge der Seamaki bin ich links für etwas Fisch zum Arm des Land gebogen. Habe man nur Schrott gefangen. Und das ist mein Geheimnis. Wo bist du lang? Ich bin hier bei der Uhr und dann bei der Flagge. Ah, gut. Hier gibt's Kroch. Hier gibt's. Hier. Hallo. Hier. Sie kundig für mir ein bisschen Kroch. Nicht auch... Oh, gibt's. Na dann. Und wo hast du was gefunden? Ich habe das gefunden, was ich schon einmal gefunden habe. Eine Stiefel. Missionstabraус. Ich hab heute das gefunden. Ok, das nächste Rätsel. Gut. Bild den Weg mit dem Getränk, das dich nicht umhaut. Das heißt, das ist der Grog und das ist... Was ist das hier? Wo müssen wir denn? Ich bin mit dem Grog. Ja, den anderen Weg. Hier, bitte. Ich hab getrunken. Hilfe. Wir müssen auch trinken übrigens. Äh, wissen wir das? Ja, müssen wir. Und zwar gucken, was jeweils drin ist. Da ist nichts drin. Ja. Ich hab... Wie in dem hier ist nichts drin? Doch. Warte, ich schwank ein bisschen. Gibt es noch andere Gruppenfässer oder was? Oder wo müssen wir hin? Hilfe. Ich weiß es... Ich fache da ein bisschen, ja. Ja, tut es. Das Getränk, was die Lied umhauen. Wow, beide sind... beide hauen einen um. Mehr oder weniger. Guck in die Lösung, Moment. Ist ein bisschen kotzig hier. Das... Das ist was. Vielleicht gibt es einen alkoholfreien. Wo gibt es einen alkoholfreien? Keine Ahnung. Mal gesagt, vielleicht gibt es hier einen alkoholfreien Grog. Das müssen wir mal ausprobieren. Die, die ich getrunken habe, sind sehr alkoholfreien. Da wird Enten geschwindelig. Ich habe nur vier Pots. Propentus. Hilfe. Wir müssen immer noch das Ding hier zum... Oh, ich weiß nicht wo ich bin. Wir müssen immer noch die Reflektionen und so machen. Ja, ich weiß so. Ah, hier ist noch eins. Hier ist... hier ist das alkoholfreie. Ich habe es gefunden. Komm. Aha. Wo bist du? Hier. Drehen. 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 Genau. Drehen ist ein bisschen schwierig. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Direkt vor dir. Das hier. Das hier ist fast Grog. Das habe ich getrunken. Du hast mir ins Gesicht gekotzt, oder? Ja. Und aufs Fass. Ich habe gerade 5... 5... 5 Tassen Grog drin plus. Ähm. Jetzt schaffe ich noch die sechste. Ich fange schon mal an zu graben. Mach das. Was? Ich kann es eh gerade nicht. Versuche gerade das Grog fast zu treppen. Ich habe das Router gefunden. Okay, der sechste. Sechste Maß. Ich habe ungefähr 10,0 promenende Blut. Blutalkohol. Oh, und bin nüchtern. Ja. Es ist also nicht nur fast Grog, es ist sogar Anti-Grog. Okay. So, dann machen wir das mal ran. Okay. Das können wir jetzt anschieben. Du hast mich gerade getötet mit dem Ruderboot. Als ob. Ja. Ich habe das Ruderboot jetzt ins Wasser geschubst. Das ist gut. Das wollte ich mich auch tun. Äh. Dann weiß ich aber nicht was wir dann machen müssen. Ein Ruder benutzen. Wir haben ein Ruderboot. Wir können rudern. Ja. Ich wüsste wie. Soll ich Rudern? Kannst dazukommen und nicht reinsetzen. Ein bisschen Musik spielen. Und mir sagen wo ich dank muss. Ähm. Hier offensichtlich nicht. Ich brauche jemanden der für mich steuert. Äh. Der mir sagt wo ich dank fahren soll. Sonst wird das hier nichts. Einfach immer weiter geradeaus. Du kannst die Kamera übrigens drehen. Äh. Ja. Mehr oder weniger. Ich fahre das nicht mal an. Sie hat nicht ruhig dankeschubt aber. Irgendwann kommen wir schon an. Oder auch nicht. Ja. Oh mein Gott. Wir müssen das Ruderboot benutzen um an das Skelett das Hank zu kommen. Oh. Wo ist das Skelett? Ich trage jetzt. Ich trage jetzt. Nicht raus. Ah. Hier geht's auch dank. Nein. Ich hab dich zweimal angeschoben. Wirst du mal? Wirst du mal Rudern? Warte. Da bist du mal dank. Links dank. Warte. Setz du dich mal rein. Setz du dich hier. Ich würde es ja gern. Ich würde es ja gern. Oh, hier sind Bananen drinnen und Kugusnüsse. Warte, noch ein bisschen. Hier, jetzt sind wir an der Domester-Skelett. Warte, hier, kann ich. Karte des... Ich habe eine Karte. Dann gucken wir mal die Karte an. Cool. Die Karte sagt mir absolut gar nichts. Höhle. Cool. Oh. Ich habe den Götzen hier irgendwo... vor meiner Crew versteckt. Ja, ich weiß wo. Dann ruhe da hin. Achtung, das Land. Ja, ist auch gut so. So, wenn wir das jetzt richtig ausrichten... Dann ist das exakt... Da ist der Felsen. Ah ja, genau da. Irgendwo hier muss es sein. Im Wasser vielleicht? Nein, es ist... Es ist tatsächlich irgendwo hier bei den Felsen. Ich kann nur nicht genau sagen, wo. Eventuell auch hier. Ich muss die Karte richtig ausrichten. Ich muss die Karte richtig ausrichten. Das ist... Ach, das ist... Das ist die richtige Felsen. Okay, das heißt... Das ist genau da hinten. Und ja, ich hangel mich hier an Strohhalmen entlang. Ich habe keine Ahnung, wo wir graben müssen. Offensichtlich genau hier. Hier. Nimm mit. Dann... Dann füge mich zur Hand. Ach, zur Hand muss der. Natürlich muss der zur Hand. Das ist doch das, was wir hier tun. Ich gehe meiner Tätigkeit als Bader nach. Ich spiele in meiner privaten D&D-Runde ab morgen in Baden. Aha. Wie sieht das übrigens aus mit der D&D-Runde, die wir... Nächsten... Übernächsten... Samstag spielen. Geht das auch zu dritt? Momentan haben wir drei Spieler. Ich muss die Sachen neu balancen, aber ja klar. Beziehungsweise ich muss es nicht neu balancen, weil ich sowieso ein experimentelles Kampfsystem für das Ende benutze und viel mehr Kämpfe werdet ihr nicht haben. Das heißt... Muss ich bei meinem Charakter noch irgendwas machen, oder? Du hast deine Werte. Du hast das, was auf dem Blatt steht. Ich habe ein Blatt. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht zugeschickt. Du wolltest einen Doppelgänger haben. Werden wir sehen. Oder hast dich umentschieden. Okay. Okay. Ich muss nur irgendeinen Affen finden. Irgendwo muss hier die Hand sein. Ein Affe rechten. Okay, ich muss die Richtung wieder gehen. Okay. Ich muss die Richtung wieder gehen. Und hier lang. Da lang. Hier lang. Und da sind wir. Aha. Da war es nur einer. Ja, und den müssen wir jetzt nur noch befreien. Das heißt... Das war noch die Spiegelung, oder nicht? Die wir machen müssen. Ja, das war noch die Spiegelung. Du hast den Plan. Na, wir haben ein neues Ding. Nö, haben wir nicht. Cool. Äh, ja, ich hole kurz das Monokel wieder. Dann können wir das auf dem... Bei dem Lager was angespült wurde. Eine spiegelnde Sache war dort drüben, bei dem... Bei dem Skelett. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir brauchen halt wirklich hier... Ich kann das Rohr halt nicht drehen, ist die Sache. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich die spiegelnden Sachen platzieren. Kann auch sein, dass wir den Spiegel nehmen müssen. Ich weiß es nicht. Okay. 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 Ich guck mal eben nach, was wir nehmen müssen. Ich geh mal kurz am Brot zum Trümieren ein bisschen Money. Ja, genau, mach das. Ich scrolle in der Zeit. Okay. Wir müssen einen Schädel holen. Und dann das Monokel. Das heißt, du holst die Schädel von den Pfählen und ich hol das Monokel, würde ich sagen. Sekunde. Ich kann auch beides tun. So ist nicht. Ich bin gleich da. Wo ist Munition? Ach, hier. In der Munitionskiste. Wo sind die Schädel? Die Schädel sind da, wo du sie zuletzt hingelassen hast. Das heißt, hinten beim Krater. Und die konnte ich nicht aufheben. Jetzt müsstest du es können. Aha. Macht Sinn. Du kennst dieses Spiel. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe auch sehr langsam in deine Richtung. Wie immer, dieses Monokel ist einfach sehr, sehr schwer. Das musst du verstehen. Hm. Mindestens 20 Inventarslots. Ein ganzes Inventar. Auch mal was für eine Pen-Paper-Session. Eine von Eltern, was dich instant überlädt. Ja, was da so. Es gibt sehr lustige, verfluchte Items. Und ich baue sowieso in einer Welt, die komplett. Darauf basiert aus sämtlichen dummen Memes und Jokes. Du hast ein Kaugummi aufgehoben. Du bist zu überladen. So ungefähr. Du hast ein gekautes Kaugummi von der Straße aufgekratzt. Ja, zum Beispiel. Du bist zu überladen. Ja, ich meine gut, das, was wir am 28. machen, wird auch nicht sonderlich ernst sein. Aber es wird zumindest eine Welt sein, die nicht komplett dämlich ist. Wir haben keine Charaktere ohne Persönlichkeit. Mal gut. Ich bin gespannt, wie ich das Spiel. Du kannst selbst entscheiden. Es geht nur um die Werte. Du kannst machen, was du willst. Punkt ist, hier arbeitet ich für eine Hexe. Ende. Ich bin jetzt hier. Andere Seite. Hast du einen Schädel? Äh, nö. Wo sind die Schädel hier? Ich bin jetzt hier. Die waren irgendwo. Ja, wo die Falle war? Waren die da oben irgendwo, oder? Nein, die waren da, wo die Falle war. Und dann den Weg da entlang. Und die Falle war bei Berman. Die Falle war genau hier. Nein, die Falle war genau hier. Also, der Käfig. Ich bin etwas verwirrt hier. Achso, der Käfig. Du gehst in die Richtung und dann bist du da. Verstehst du? Und du musstest den einen Schädel hier aufnehmen können. Ich kann es halt nicht, weil ich bin überladen. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Den kann ich nicht nehmen. Den auch nicht. Den hinten. Kannst du ihn nicht nehmen? Nö. Gut, dann muss ich nachgucken, weil hier steht, du kannst den benutzen. Geht nicht. Steckt im Boden fest. Oh Gott, ich leg das scheiß Monokel jetzt wieder hier hin. Es ist zumindest da in Position. Oder wird Reswornen? Ich habe keinen Plan. Ich habe es nur durch den Guide, Tim. Die haben diese dämliche Kokosnuss aus der Bar dabei. Weil offensichtlich irgendwo auf der Black Pearl. Den Plützen haben wir gefunden. Achso, jetzt war... Spiegelungen wollen wir machen. Oder was? Dann brauchen wir dann die Köpfe. Damit wir ein Monokel da einsetzen können in den Kopf. Und das dann wiederum reflektiert. What? Ja. Das macht jetzt Sinn? In einem Adventure würde es Sinn ergeben. In einem 3D-Spiel ergibt es keinen Sinn. Vor allem, weil du hier mehr Möglichkeiten hast. Wie zum Beispiel ein fucking Fernrohr, das du in deine... Wir haben hier noch ein Fernrohr. Verwende Fernrohr mit Ständer. Ja, das zeigt, wo es... Wo die Nicht-Reflexion sein muss. Aha. Keine Ahnung, wo man einen Schädel herbekommt. Ich habe die erste Zeit gesagt, wo man einen Schädel herbekommt, außerdem... Äh, holst du uns das Monokel? Wo liegt denn das? Wo liegt denn bei der Schlucht? Bei den Schädeln auf dem Weg. Bei den Schädeln auf dem Weg. Ich war kurz vor dem... Vor kurz vor dem Schiff. Ich komme... Moment, ich mache das. Es ist so dämlich, dass du die Sachen nicht einfach mitnehmen kannst. Warte dort, ich bin schneller da als du. Ich kenne deinen Orientierungssinn. Ich wage zu bezweifeln, dass du schneller da bist als ich. Ich bin den Weg gerade gelaufen. Ich kenne deinen Orientierungssinn. Ich bezweifle, dass du früher da bist als ich. Einiger Tür, der Liefer fällt mir fast voll. Ich muss das. Ich sehe das. Die letzte Laufsäger. Einiger. Ich habe das. Ich bin für die erste Laufsäger. Es ist ein sehr. Das ist nur ein sehr gelaufte. Ebenen. So war es, dass man okay abgelegt. Jetzt bin ich hier. Ich bin nur auf dem Weg zwischen Schädel und Schiffen. Ist das schon despawned? Die haben nicht die Meldung gekriegt, das heißt eigentlich nicht. Hier sind die Schädel, hier sind wir gelaufen, das heißt es muss irgendwo hier am Strand sein. Da bin ich lang gelaufen. Mir ist kein Monokel aufgefallen. Ach Gott, dieses Monokel. Das begleitet uns durch dieses ganze blöde Ziel. Das hast du doch relativ weit vorne. Das hast du hier direkt an den Totenschädel nachgefallen gelassen. Das war... Ich meine auch. Das war nicht weit weg. Gut, dann warten wir bis es respawnt. Wie wärs denn damit? Oh Gott. Lauf schon mal zu dem Ort, wo es respawnen wird. Damit er nicht nochmal laufen muss. Hier ist noch ein Fernrohr mit Ständer, hey. Ne, das habe ich doch vorhin gefunden. Ich hätte noch Ausschau nach dem Monokel. Das muss doch sichtbar sein. Das macht es so. Das macht es so. Das macht es so. Das macht es so. Tja, wie gesagt, auf die Meldung warten wir spawnen, was wenn es das nicht tut, das tut es immer, es hat sich schon zweimal Oh, ich habe das Manocke gefunden Wo ist es? Hier, wo ich stehe Du bist dreimal dran vorbei gelaufen Ich komme gerannt, Moment Ich stehe da Genau in der Städte, wo wir es gefallen, dir das nass Ah, in der Graslinie Ja, hier Wir sind beide dreimal dran vorbei gelaufen Hast du es? Ich habe es in der Hand Gut, dann müssen wir zur Black Pearl laufen Juhu Und sonst zu Ja, ist halt so, ne Ich bin ein bisschen bei Laden Ich kann nicht dründen Mhm Daher müssen wir jetzt ein Monokel einsetzen, dann können wir sie nehmen, dann können wir sie auf den Stock setzen Aha Ich finde übrigens unser Schiff ziemlich bedrohlich neben der Black Pearl Aber das ist Sie sieht sehr beeindruckend aus Ja, ich finde es immer noch so lustig, dass sie sich halt nicht die Mühe gemacht haben, irgendein passendes Ship für dieses ganze Ding zu bauen Zum Beispiel die Sea Monkey Ja Die hier intakt sein sollte Storytechnisch sollte die intakt sein Wir nehmen einfach Nehmen einfach Die sollte ja funktionieren Das andere Schiff hier die Kokosnuss setzt es ein Ach hier Aha Hallo Zu den Stocken Ach ich verstehe ja auch Der Spiegel reflektiert hier zum Rohr Und das Rohr reflektiert dann zur Kokosnuss und die reflektiert dann weiter zu anderem Zeug Na ja Ja Hier Ich bin ein bisschen überladen, warte kurz Und nun Sprich mit Admiral Coco Sehr rätselig Der reflektiert jetzt Wieso auch immer Reflektiert der was genau Ich weiß es nicht Ich gucke was der nächste Schritt ist Wir arbeiten das jetzt einfach ab Und was hier in dieser Richtung Oh Gott Sie müsste irgendwas sein Ah das Fernrohr Den Fernrohr Ständer Hier Ja Genau Ok da ist der Fernrohr Ständer Der leuchtet jetzt hier rüber Das reflektiert schon Ok Was auch immer der reflektiert Das ist absolut nicht möglich Aber was so ist Ja wir reden nicht darüber Wir hätten vielleicht Spiegel nehmen sollen Damit es irgendwie Logik ergibt Wer redet hier von Logik Wer redet hier von Logik So das leuchtet jetzt hier hin Ah und da drüben müssen wir jetzt noch irgendwas hinpacken Irgendwas reflektierendes muss da auf die Stäbe dort hinten Ja Noch eine zweite Kokosnuss oder Mit einem zweiten Monokel oder Was müssen wir da hin Sag bitte nicht wir müssen da jetzt Irgendwie noch ein Monokel beschaffen Goldzahnsschädel Wo zum fixern wir den herkriegen Wessen Schäden Wessen Schäden Einer mit einem Goldzahn Aha Ich gucke wo wir den finden Auf Mili Island Ja bitte einmal da zurück und dann kommen nochmal 30 Rätsel Und dann könnt ihr Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Der hier hat einen grönen Zahn Oh ich habe ihn Ich habe ihn Und ich habe den Schädel Und der Typ Ja wir brauchen aber noch Padding Weil es wird so weit runter rutschen Das habe ich auch schon gelesen Oh ja Ziemlich weit runter gerutscht Was müssen wir da jetzt machen So Was muss da noch passieren Eine Crate mit Drei Kokosnüssen brauchen wir Und die Kokosnüssen müssen wir wahrscheinlich aufspannen Aber wo kriegen wir Kokosnüsse her Ich habe gerade gesagt Wir müssen jetzt hier den Weg Dem anderen Weg da lang Und das alles nur um dieses Schloss hier zu knacken Fantastisch Ja Ein rostiges altes Schloss Man kennt das Das ist das größte Problem von allen Menschen Immer Ich warte mal hier Wer im Schädel Mach du mal Ja Ja Ich guck mal wo ich bin Ja Ich guck mal wo ich bin Ja Ja Ich guck mal wo ich bin Ich guck mal wo ich bin Der reflektiert und Nicht zum Schloss oder Doch das tut er Natürlich Das ist gut Ich bin die Platz hier Ja Da bin ich schon ein paar Mal vorbei gelaufen Das tut er aber nicht Wir müssen zu dem Kran wo Kisten oben drauf liegen Nur was für ein Kran Ja Der hier Genau der Gut was kann ich jetzt hier tun Lösungsbuch sagt mal was ich machen soll Ich bin auch hier mit dem Schädel Sehr unterhaltsam Oh mein Gott Das ist wieder einer von den Eins von den Seilen Die man tatsächlich zerstören kann Mensch Aha Ja Ok Du hast deine Kugelsnuss Schade Reicht denn die eine oder Ja Ich hoffe es Ich fürchte Ich glaube nein Ich bezweifle es auch sehr Gucken wir mal Karin Platzier mal den Schädel Geht schon Da passiert nichts Ich hole die anderen beiden Moment Weißt du was flutschiges brauchst Der Stab ist Sehr gleitend Ne Dieses Spiel erregt mich nicht genug dazu Es regt mich nur auf Also der Effekt wie der Schädel über Durchziehen Steil gleitet Der ist schon ziemlich Wo sind die Scheiße Die Preise jetzt wieder Ich bin zweimal dran vorbeigelaufen wahrscheinlich Dass man nicht irgendwas markieren kann ey Ich habe es dir gesagt der dritte Teil wird nochmal lustig So Das war ja klar Aber das ist zumindest nicht so nervig wie erwartet Nur habe ich keine Ahnung wozu hell das der Scheiße ist Aber alle Aussichtspunkte die wir hier hatten Alle Orientierungspunkte die wir hatten mussten wir irgendwie zerstören Fahrts ab bis wir im Drachenkopf sind Da passiert Daniel auch noch was Da passiert auch noch was Da passiert auch noch was Da sind auch noch zwei Rätsche drinnen Da sind noch zwei Rätsel drin Dann noch drei Voskämpfe Dann nochmal zehn Rätsel weiter und dann enden wir auf einem Freizeitpark Ja Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich Es wäre sehr lustig wenn das hier auf einem Freizeitpark enden würde Das muss man sagen Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich Dann wieder oben dafür müsste ja Budget da sein für noch eine Map Ja Das ist so ein Freizeitpark wie Achtung Spoiler So Return to Monkey Island Am Ende dieser Freizeitpark Wo du halt wirklich nur In der Kulisse rauskommst und da Es war so ein schlechtes Ende War so enttäuschend Es war halt nicht mal auf Metaebene irgendwie lustig Es war halt einfach nur Sehr faul Sagen wir es mal so Und im Extra haben sie es dann noch versucht zu erklären Da gab es dann noch anschließend einen Brief Von den Entwicklern wo es dann so steht Ja wir waren früher Als wir Monkey Island Als wir Return to Monkey Island Als wir Im ersten Teil gemacht haben Waren wir noch ganz junge Ganz junge Entwickler auf der Suche nach neuen Abenteuern und so weiter Und inzwischen sind wir alte Leute die Die ihr Leben als Buchhalter dem und so weiter bla bla Da vorziehen und ja Ja auf Deutsch gesagt Ihr seid trotzdem geformiert Cool Macht trotzdem gutes Spiel Deswegen haben wir das so gemacht Alter ich finde hier nichts Ich rede hier schon eine Stunde in dem scheiß Dschungel rum Oh Mordi äh äh Mordiääh 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 Würde ich auch lieber Oh Mordiääh Wurde ich auch lieber Mordiääh 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 Und wo sollen die sein? Die sollen bei den Vorräten, die überm Boden hängen, die ich jetzt runter geholt hab und deshalb keinen Orientierungspunkt mehr habe, äh, drin liegen. Was halt Shit ist, weil ich keinen Orientierungspunkt mehr hab. Wo soll das sein? Auf dem Berg hier, oder? Welche Orientierungspunkte? Kann ich vielleicht Hilfe zu suchen? Es ist eine Kiste auf dem Boden mit jetzt noch zwei Kokosnussschalen. Mehr kann ich dir leider nicht bieten. Aha. Guck mal hier oben. Gibt's da kein Walkthrough Video dazu? Wo du nachgucken kannst? Ja, es gibt einen Guide, den benutze ich auch die ganze Zeit, aber der sagt halt auch nur die grobe Richtung. Ach, mal auf Youtube, beim Walkthrough. Beim Video, vielleicht ist es da gezeigt, wo die sind. Die Insel ist nicht so groß, wir werden das Scheißding schon noch finden zusammen. So, ich bin jetzt hier beim Mast. Wie muss ich vom Mast laufen? Willst du jetzt wirklich ernsthaft danach suchen? Ja, ich muss. Südosten, okay, gut. Dann gucken wir mal nach Südosten. Also eigentlich müsst ihr hier oben auf den Berg, wo ich gerade bin. Da müsste ja eine Plattform sein. Hier müsstest du jetzt irgendwo drauf gehen, da müsste es eine große Platte geben. Ha, ich hab's gefunden. Es ist tatsächlich nur Südosten von dem Scheißmast. Alle beide, oder? Ja, klar, alle beide. Warte, ich kann mal. Spieß die Schmau. Ich spieße sie auf so gut es geht, man kann sich leider nur sehr langsam bewegen. Du bist trotzdem schneller da als ich. Das ist einfach straight hier geradeaus. Und ich hab mich verehrt. Nein, doch nicht hier. Komm zu meinem Nametag. Nommens Vorratskiste. Ich hab seine Vorratskiste. Warum hab ich seine Vorratskiste aufgenommen? Ich wollte die Kokosnussschale aufnehmen. Aha, was war drin in der Vorratskiste? Die Kokosnussschalen, jetzt noch eine. Ich kann sie feierlich hier vor dir präsentieren. Moment. Aha. Davon reflektiert aber einer. Oder war das denn eine Rüstung? Das dürfte mal eine Rüstung gewesen sein. Und jetzt kannst du den Schädel spießen. Okay. Jetzt reflektiert er. Und jetzt geht das Ding hoch. Und jetzt können wir das Ding setzen. Man hätte auch einfach mit dem Schwerz drauf einprügeln können, aber hey. Man hätte auch schießen können mit einer Kanonenkugel. Mit einer Pistronenkugel. Du meinst mit den Optionen, die man in diesem 3D-Spiel Open World hat, dass sich um Piraten dreht? Mit einer Pistronenkugel, die man mit Feuer anzündet. Du meinst mit den 99 Kanonenkugeln in dem Ding, wovon man plötzlich nichts mehr schießen kann? Mit den Schwarzpilver. Mit den Schwarzpilverkugeln, die man hier am Vorderlader drin hat. Ich meinte die Kanone oben, mit der wir das Ding... Mit dem Explosivgeschoss, mit dem man schießt. Mit dem hier. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Point-and-Click-Adventures funktionieren nicht in 3D-Environments. Das ist halt leider. Man sollte meinen, sie haben aus dem vierten Teil gelernt. Kommst du? Ich komme. Ich möchte es nicht alleine gekratzieren, du bist der, der stimmt. Also die Person nicht stimmt. Jetzt brauchen wir noch einen vierten. Nein, sie pumpt sich nach oben. Und hier ist das Wattstäbchen drin. Gut. Dann müssen wir jetzt zum Apfelkopf und... Ja, auf die andere Seite der Insel. ...dem die Ohren stopfen. Ein riesen Q-Tip. Das waren Monkey-Alens tatsächlich relativ lustig. Ja, hier wird es enttäuschend sein. So wie alles andere auch. Weil es als Schlüssel, weil es in Monkey eine das Schlüssel gesagt wurde. Es wurde gesagt, such den Schlüssel zu dem Affenkopf, such den Schlüssel zum Affenkopf. Kommst du zu den Kannibalen in das Dorf, das übrigens hier überhaupt nicht da ist, das Dorf. Ähm, haben sie sich gespart. Sie sind ja, sie sind ja abgehauen. Ja, natürlich haben sie sich gespart. Und dann erhältst du von den Kannibalen den Schlüssel, der einfach ein riesiges Q-Tip ist. Warte, ich komme, ich bin überladen. Ich bin überladen. Aber es ist sehr großzügig. Aber es ist sehr großzügig. Aber es ist sehr großzügig. Jetzt kommst du hier rein. Okay, es ist Zeit, das Garten zu öffnen. Komm hier, Spiffy! Komm hier, Junge! Hat ja lang genug genaubt. Da, geht's da mit einem Monke. Mach auf! Können wir hier noch irgendwas tun mit den Schäden oder so? Nö, du musst den Gehörgang reinigen. Ich reinige den Gehörgang. Okay, ich denke es ist Zeit. Geh die Schlüssel und mach das, was die Natur zu tun hat. Ja, all dieser wachsige Bildung kann ein bisschen wunderschön sein. Eh, manchmal hilft es, sich ein bisschen zu spüren. Aha. Ja, dann mach mal. Ich glaube, jedes darfst du. Es ging gerade nicht. Ich reinige. Ja. Hat sich schon was getan? Nein. Wir haben alle zusammen. Du wirst das nicht missbrauchen. Nein. Jetzt geht's aber. Äh, ja komm her und dann siehst du es auch. Ich bin wie gut. Ich habe die Musik weggemacht. Ich habe die Musik weggemacht. Die ist im Spiel. Und rein hier. Au. Au. Der Schlupfwinkel von der Juck. Oh, das ist nicht richtig, die Zigarfe. Auf der Website steht als Titel Er schlupfwinkel von den Chuck ist Hier müssen wir lang Ja, es gibt das Navigator, sagen wir leider nicht Aber hier geht es lang Ich bin nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass wir gerade gebraked haben, indem wir schon reingesprungen sind Ah, meinst du? Ja, wenn wir jetzt gleich ein Item brauchen, dann können wir das ganze Ding nochmal neu starten Ah, fantastisch Wir hätten wahrscheinlich auf Gelb oder Schwarten sollen, oder? Er hat uns gerade etwas gegeben, was wir aber nicht nehmen können, weil wir beide schon runtergegangen sind Weil wir hochintelligent sind Das ist fantastisch Es endet genauso wie Flucht der Karibik mit Enttäuschung und Bugs Oh, hier bin ich wieder beim Schädel Beim Schädel Können wir hier nicht wieder hoch? Nö Ja Oh, wir können wieder hoch Ich kann wieder hoch Du kannst F drücken Oh, Gott sei Dank Oh, hier ist der Kopf des Navigators 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 Der führt uns jetzt zum Weg Ich bin übrigens sehr großer Fan davon, dass er nicht tatsächlich mitkommt wie ein NPC, sondern einfach Guck, guck mal wer da ist Ja, das ist der 2. größte Skeletor, den ich je gesehen habe So, Kopf für uns Wir sollten nach Nord-Oest Diese Muschröme sind tatsächlich Teil von einer Schädelung des Navigators Und wissen, dass das macht mich viel mehr Da, wo du Kopf hinguckt, müssen wir dann gehen Ich sehe leider nicht, wo er dann hinguckt Mit rechter Maustaste müsstest du ihn inheben können Ich sehe trotzdem nicht, wo er hinguckt Müsstest du machen Soll ich ihn mal, soll ich ihn vielleicht übernehmen Ich glaube, der gut tot lang Ja Oh, nö Ja, gut, hier Weißt du, du kannst eigentlich einen ziemlich guten Sound aus diesen Dingen Äh, nö In die Richtung Ja, jetzt müssen wir hier lang Mensch, wie überraschend Es gibt ja hier so viele Wege, wir brauchen den Kopf ganz dringend Ich weiß nicht, wie die Die Flöge von Eternal Perl oder die Flöge von 39 Spikyrocken Jetzt bleiben wir nahe. Es wäre leicht, hier zu verloren zu werden. Ich glaube, es sieht nach Südwest. Ja, wow. Cool. Sind wir hier nicht schon lang? Scheinbar nicht. Halt ihn. Nein, jetzt wieder zurück. Halt ihn an der Kreuzung. Wir brauchen einen Kopf, das ist ja egal. Ich kann einfach vorrennen. Noch mehr Lava? Oder ist es Mägema? Either way, es ist definitiv Mäge. Mäge. Ja, wir müssen zusammenhängen. Es wird sicher sein. Der Kopf ist nach links. Ja, natürlich. Better watch our step here. Oh, die habe ich keine Ahnung. Halt ihn. Oh, I remember this chamber. Ich glaube, die schon auch hier hin. Ja. Sie wollen uns weiter gehen. Wow. Just like in the legend. Ich frage mich, ob ich es für dich bin. Oh, danke. In die Richtung. Die hier? Gut. Ah, da waren wir doch schon, oder nicht? Halt ihn. Nein. Nein. Wir sollten zusammenhängen. Es wird sicherer da sein. Halt ihn. Nach oben. Hä? Nach unten. Nein, hier zu unten. Nach unten. Ich bin verwirrt. Nach unten. Diesen kann... Dave. Dave, der Korridor. Danke. Danke. Ja, offensichtlich. Halt noch mal kurz. Still. Ja, genau da lang. Hier lang. Oh. Hm. Hier ist was. Ich muss draufheben. Oh nein. Kaum hatten wir Treeboots Schiff erblickt, merkten meine Crew ein seltsames Geschehen. Beute und Gefangene von langer Zeit tauchten an Bord auf. Du musst das nicht lesen, das ist schlecht geschrieben. Und du? Der Kopf zeigt woanders hin und wieder, nehme ich an. Ah, da ist auch ein anderes Buch, dort unten. Ich lauf mal mit Erhobenem. Ich lauf mal mit Erhobenem. Hier ist ein Buch. Ja. Wie gesagt, du musst das nicht durchwinden. Ich hätte zumindest drei Mushroom-Gags gemacht. Bis jetzt. Ich glaube nicht, die meisten Mushroom sind so schmerzend. Ich komme hier nicht hoch. Let's stay close. Es wird dir leicht, um hier verloren zu werden. Zurück, wie es aussieht. Hä? Nein, er dreht sich, was? Dreht sich. Er dreht sich. Er dreht sich. Er dreht sich. Er dreht sich. Ja, okay. Hier hin, oder was? Ja, genau hier hin. Aber da waren wir doch schon. Dann haben wir uns vorher verirrt. WTF? Wissen wir hier noch mal hoch? Wissen wir schon hierher gekommen? Das ist ein Schal. Es ist ein Schal. Es ist ein Schal. Mensch. Cool. Moment. Stille halten. So, genau. Die Richtung in der ich gerade stehe. Das heißt, wir müssen hier lang. Ich glaube ich. Ja, genau. Äh. 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 Jetzt kommt der Bodenbank. Was? Hä? Dann sind wir hier schon wieder zurück. Dann kommen wir wieder her. Hä? Das macht mir gar keinen Sinn. Okay, wir müssen hier weiter. Dann kommen wir wieder her. Hä? Und wieder zurück. Oder nicht? Halten. Es scheint, dass wir nach links gehen. Hier. Der hier waren wir noch nicht. Sicher. Hier waren wir schon. Da ist ein großes Loch, wo... Ich geh mal hier rein. Im Vergleich zum Circus, das ist ein Stück Keg. Halten. Moment. Hier lang. Oh Gott. Ja. Hier sieht es sehr richtig aus. Oh, Fussi Marie. Nein. Das waren wir immer Imitationen. Ja, naja. Uff. Diese Dinge riechen noch schlimmer, als ich mich erinnere. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Es ist die Boilingung der Tod. Da steht nur, folgt dem Schädel. Hier rüber nehme ich an. Halten. Ja. Ah, den Schädel können wir nicht folgen. Hier sind wir schon zweimal rüber gehüpft. Nein. Und es enthält alle Geschäfte aus den Schädel und Schädel. Und ein Schädel, der ist nur ein Schädel. Das ist ein Schädel. Nein. Es geht nicht. Hier arbeiten wir. Es geht nicht. Dieser Stream wird nie enden. Diese Scheiße, das ist genau noch frustrierend wie im Original, das haben sie gut hingekriegt. Darunter vielleicht? Glaube ich nicht, spring hoch. Der zeigt genau zu mir, komm. Ich bin tot. Kopf des Navigators verloren, geil. Dann kannst du mich mal wieder bedeben. Wir haben den verdammten Kopf verloren. Egal, ich geh jetzt hier runter. Cool, wir müssen ihn von... Ich geh jetzt mal hier runter. Alter, kann man nicht irgendwas einblenden, damit man die scheiß Begleiter wiederfindet? Cool, wir müssen den Kopf von ihm zurückholen. Oh, hier sind, hier sind Spuren. Ich folge gerade hier. Blaue Fußspuren. Hey, was ist hier? Ich glaube, ich habe Sand in meinen Schäden. Das ist gut. Hol dir den Schädel zurück. Oh, ähm. Hier ist ein Wasserloch, Mori. Ich glaube, hier sollen wir runter. Okay, cool. Das haben wir schon, um zu verlieren. Ja, nix hier ist auch nicht richtig richtig. Oh, eine Wasserwutscher. Einfach mal eine Sekunde nicht dem Schädel folgen und schon sind wir. Das war richtig. So, ich hole den Navigator Schädel diesmal. Oh, ich folge meinem Instinkt. Oh, ich folge meinem Instinkt. Oh, ich folge meinem Instinkt. Oh, hier bin ich falsch. Ja, diesmal gehst du mit Instinkt vor. Ich hole ihn mit Schädel. Hast du den irgendwo, oder? Ja, ich habe ihn in der Hand. Okay. Hier geht's aber nirgendwo lang. Deshalb habe ich den Schädel dabei. Der wird uns schon zeigen, wo lang. Ja, wie er es bisher auch schon so getan hat. Wir sind mit ihm in hoffnungslosen Kreis gelaufen. Also, ich bin weiter. Du nicht. Du bleibst im Kreis. Du bist nicht weiter. Natürlich tue ich, natürlich laufe ich im Kreis. Man läuft ja auch nur im Kreis. Die ganze Scheiße ist nur im Kreis. Wir sind immer noch hier. Der Schädel ist so unnützig. Der Schädel ist so unnützig. Lass du dich mal weiter im Kreis führen. Ich guck mal, ob es hier im Weg geht irgendwie. Hm, wie sieht der aus aus? Hier wird's hier weitergehen. Hier könntest du weitergehen? Nee. Wir sollten zusammenhängen. Es wird sicher sein. Es wird sicher sein. Das ist so f***bar. Hier ist der Schädel. Oh mein Gott. Zeigst du uns zu der Location? Es ist definitiv nach vorne. Es ist definitiv nach vorne. Es ist definitiv nach vorne. Was? Tom? Es hat sich jetzt erst geöffnet. Da war ich schon zwei Mal. Das ist das Schiff von der Chuck. Ja, ich bin dann der Exploreik. Das war da, wo ich das Schiff von der Schiff für die erste Mal spielte, da sie die Melee-Islande mit Elainable verlassen hat. Der Chuck ist so unnützig. Er knackt sich sogar den Schiff von der Schiff. Okay. Eine Runde angucken. Und weiter. Komm. Rüber kommen, bitte. Äh. Hier ist Lava. Ich kann... Komm bitte rüber. Ich kann nicht weitermachen, wenn du mit dir bist. Und wieso bist du? Ja, wir sollten zusammenhängen. Es wird sicherer in diesem Weg. Da ist es. Das legendäre Phantom-Schiff des Schiffes-Pirates Lachuk. Hm. Es ist kleiner, als ich erinnere mich. Du lieber warte hier, während ich sehen Sie. Ich weiß nicht, wie sie ist. Ich weiß nicht. 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 Und du wirst mich jetzt nicht. Warte, Anker! Du scheiße Schiff von der Schiff. Wir haben, was wir für uns gekommen sind. Elain. Nein! Ich kam all diesen Weg, um sie zu retten. Und ich lasse sie durch meine Finger. Oh. Wie war ich schuldig? Ich bin keine Piraten-Legende. Ich bin nur ein Mann mit ungewöhnlich späßigen Pocken. Und jetzt werde ich nie wieder sehen, Elain. Oh. Elain. Wir können nicht auf den Lechuk, ohne dass wir diesen großen Apes-Head öffnen können. Wie finden wir den Watt? Oh Gott. Wie finden wir den Watt? Ja, du kannst mit dem Mädchen. Ich bin jetzt ein bisschen beschäftigt. Ah, das gute Schiff. Ah. Elain? Was hast du erwartet? Ein Miet-and-Greit-Ticket? Ah, der kommt mal drauf. Komm ab! Ah, ich... Oh, ehrlich gesagt. Entschuldige mich für nur einen Moment, während ich meinen husband verabschiede. Ich will dann mal das Schiff. Jetzt zum Stuhl des Käpt'ns. Elain. Ich dachte, du warst die Priskerin der Lechuk. Ich kam hier, um dich zu retten. Das ist alles, warum ich hier zu retten, dich zu retten. Weil ich dich kenne. Und weil ich dich kenne. Können wir uns bitte das Tatsch- und Display-Einrichtungsmögliche, für wenn wir zurück auf der Drei-Land? Oh, äh... Käpt'n Kate. Ich... Hey, hör auf! Das ganze Falsch- und Priskerin. Wir diskutieren es später. Jetzt müssen wir raus aus hier! Nein! Nein? Ich weiß, dass dieses Ort nicht real ist. Aber die See of Thieves ist. Ramses hat die Piraten-Land gehalten. Und jetzt ist er in danger. Danke für mich. Whatever Lechuk ist planing, wir müssen ihn verraten. Wenn du das sagst. Dann gehst du in den Kanon, Threedwood. Wir haben einen Schiff-Ghost. Wir haben einen Schiff, um dich zu holen. Vielleicht wirst du wirklich eine Legende von Monkey Island werden. Wenn jeder von uns überlebt. Ich meine... Okay, jetzt haben wir noch einen Brust-Kampf. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Jetzt, stopp flirten und starten. Ich bin fast tot. Hast du irgendwo noch was zu essen? Hm. Ja, hier oben. Wo? Ich kann nur noch den Brust benutzen. Kanonen benutzen. Ich bin kein Unbefugel. Du musst nicht jede Kanone laden, wir sind nur zu zweit. Ich musste mal die Säge aufspannen. Ja, müssen wir tatsächlich. Ich bin jetzt das Steuerrad zu. Du spannst die Säge. Aber hier ist kein Wind. Ah warte, es hat mehrere Säge. Hier oben. Ja, hat alle Säge. Ich habe schon gelichtet. Eigentlich ja. Absenken. Hä, was ist das denn für eine Scheiße? Mal kurz nutzen. Wir brauchen die Säge unten und die Säge sind unten. Hä? Geil vor Schreden? Nee, der ist in einer anderen Stellung. Wir werden greifen. Waren wir uns verpackt oder was? Ich glaube. Gucken wir jetzt ein Walkthrough hier an und wenn das da auch das Problem ist, dann können wir es an dem Punkt auch beenden. Hier ist eine Lampe, wo man eine Riegel benutzen kann. Dann müssen wir hier noch irgendwas reinstecken. Ein bisschen Licht anzünden. Übersehen wir hier irgendwas, was da was offensichtlich wäre. Kann nur umgoogeln. Oh, diese Scheiß-Youtube-Werbung schon wieder. Äh, Doppelwerbung auf YouTube. Drei-fach. Drei-fach. Ich lad mal alle Kanonen. Vielleicht kann das was irgendwas... Keine Ahnung. Irgendwas muss doch mir helfen. Okay, dann die Kanonen sind geladen. Wir sind verbuggt. Sicher? Ja, sicher. Bei dem anderen Typen ist es sobald die Segel unten waren einfach losgefahren. Das ist traurig. Sind alle Segel unten? Sind alle Segel unten? Ich hau mal den Anker runter und wieder hoch. Habe ich gerade schon gemacht. Kannst du die Segel nochmal lösen oder so? Habe ich auch gerade versucht. Wir sind verbuggt. Na, fantastisch. Und zwar vollkommen. Nailern können wir es nicht, oder? Wir könnten mal beide von Bord springen und... Ja, uns umbringen und dann gucken, was dann passiert, wo wir spawnen. Glaubst du was bringt? Die Lava müsste da helfen. Seele anbieten, so. An Bord. Mit den Segel. Ja, cool. Wir sind verbuggt. Das wird nichts mehr. Können wir ein Eil laden irgendwie, oder? Können wir nicht. Es ist ein Online-Ondy-Spiel, erinnerst du dich? What the fuck? Hier gibt es auch keine Checkpoint-Startkunden, weil... ...gegründet. Also... Tja. Blöd. Warte, ich kriegst durch den... Wir sind gerade losgefahren. Ne, sind wir nicht. Ich hab, ich hab, ich hab gegen die Wand gerammt. Ja, und das hat sich gerammt. Ich hab' all den Tag. Warte, ich hab' alle Zeit. Warte, ich hab' alle Zeit. Warte, ich hab' alle Zeit. Warte, ich hab' alle Zeit, wir übernächte Kanonen. Äh, wir sinken. Hier geht nichts. Ich glaub' man kann sich, man kann damit nicht sinken. Man kommt auch nicht unterhalb. Okay, versuch' da hier durch die... ...durch die engen... ...kanäle durch. Hier geht's aber nicht weiter. Oh, jetzt geht's weiter. Warte, Lechuk! Lechuk, Schiff! Sie haben einen Schiff gefunden. 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 Geh' zurück hier, Lechuk. Es ist nicht so wie der Schiff, der weg sind. Natürlich haben die keine Feuerkugeln. Wir müssen jetzt das Schiff einholen und dann feiern die Welt. Die Türchen, Raks? Bein unvermeidlich. Freizeite gehen ums. Auf gehts. Nach rechts. Nach rechts. Ja, ich weiß, ich hab Fehlentscheidungen getroffen. Hey, ich bin gut an das. Ich sehe unseren Weg weg. Kannst du mal gucken, ob man unten reinkommt und ob wir Leck haben oder nicht? Ne, man kommt unten nicht rein. Gut, dann brauche ich auch nicht auf HP achten und ich kann einfach alles haben, was ich will. Warte, ich kann Platz nehmen. Ne, ich komme unten nicht rein. Weiß nicht, ob du versinken kannst, aber wenn reinkommen tu ich nicht. Oh, der Schotter ist noch weit entfernt. Oh, ich gebe mein Bestes, oder? Oh, ich kann den Platz nehmen. Oh, ich kann den Platz nehmen. Oh, ich kann den Platz nehmen. Und sind wieder weg. Ja, aber wir haben das schnellere Schiff, weil unser Schiff buchstäblich gar nichts wiegt. Aber deren Schiff auch nicht. Das ist auch ein Geister-Schiff. Nein, ein Zombie-Geister-Schiff. Das heißt, die haben ein bisschen Masse. Ah, ja. Achso, wir müssen doch in der Dernlogis bleiben. Aber wir können doch nicht auf sie feuern, weil die sind... Wir sind nur nicht Breitseite. Ja gut, wir haben die beiden Frontkanonen. Die werden ja von NPCs gemacht. Ja, aber auch nur weil wir so arsch langsam waren. Weil... Fuck. Wir müssen die Schiff noch einholen, oder? Wir müssen sie einholen können, sonst hätten wir es traurig. So scharf links. Ganz scharf links. Entschuldigung, das Ding hat einen Wendekreis wie... Ein Schiff. Und du musst hier durch einen gedünnen Kanal fahren. Entschuldigung, wir hängen. Ja. Faster, Leute, schneller! Mach diese Wendekreis jetzt! Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nein, wir hängen ziemlich drunter. Und dann scharf rechts. Rechts. Sofort wieder rechts. Du hältst sie im Auge. Glaube ich zumindest. Nein, links, 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 links. Mein Fehler. Alles klar. Wir spielen einfach weiter die Spongebob-Szenen nach und fahren einfach immer weiter. Zurück. Oh oh. Oh oh. Das passt. Wo sind wir? Danach müssen wir... Genau. Ist das ein Kursor in diesem Tunnel? Nächster Tunnel. Ich finde, dass das Schiff eigentlich viel zu klein ist. Ja, es ist gerade sehr spannend, oder? Hm. Wie der Rest des Spiels. Und er wird uns losen. 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 Ein bisschen weiter. Da ist nirgendwo ein Schiff in der Nähe. Wir haben es wahrscheinlich schon verloren. Wir haben es wahrscheinlich schon verloren. Lass sie es nutzen. Lass sie es nutzen. Ah, da ist es. Aber da ist es für den nächsten. Keine Probleme. Ich glaube. Ich glaube, das war noch eines. Außer, den wir den Schiffen abschießen wollen. Diese neuen Klinons sind großartig. Zeit, zurück zu den Schiffen. Die Harponen sind gerade unbemannt, glaube ich. Nein. Das sind eine Kanonen. Die Harponen sind unbemannt. Vielleicht ist das die Lösung. Aber es ist nichts in Sicht. weit und breit. So gut, ich steuere halt hier so ein bisschen noch. Achtung, ich stehe hier vorne drauf. Ach, du kannst durch den Impact nicht fallen. Links. Nicht geradeaus. Links. Ich mache offensichtlich weiterhin fliegenden Holländer stolz. Aber sonst. Ja. Auch nicht so spannend. Das passt schon halt. Und wie soll man da durchkommen. Ich sitz mal hier. Schau mir selber noch hin. Ich sehe, dass Lechuk hat entschieden, dass er nicht zu kämpfen will. Und unsere Kanonen werden nicht in dem Schiffen von seinem Schiff machen. Schiffen? Hey, warte einen Moment. Ich denke, dass alle von uns nicht nahe genug werden, um das was von Lechuk zu lösen. Ich glaube, dass es funktioniert. Vielleicht. Vielleicht. Ich habe das. Ich habe genug Mojo, um zu zerstören Lechuks' Schiffen zu lösen. Das könnte eigentlich funktionieren. Ich habe das. Ah, wir haben jetzt. Wir haben jetzt. Wir haben jetzt Kanonenkugeln hier. Malzbierkanonenkugeln. Wir wollen was er denn mal einkriegen eingeholen würde. Lass uns gehen, Lechuk. Ach, so 20 Minuten sollte es noch dauern. Ich lade mal die Malzbierkanonenkugeln. Nicht in alle Kanonen. Du kannst sie alle gleichzeitig nutzen. Konzentrier dich auf einer. Ich kann sie nacheinander nutzen. Ja, aber du kannst nicht alle Kanonen bemanen. Sonst spiel dich lieber auf einer, als halt die anderen in den Raum. Ich lade einfach nach. Oh nein, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Oh oh. Das wurde nichts. Das schaffst du schon. Oh nein. Gut, wir brauchen aber ein bisschen weniger Geschwindigkeit. Das heißt, ich pack mal das eine Video so. Ganz hinten sind sie, oh Gott. Ich lade die Kanonen. Ich lade die Kanonen. Ich lade die Kanonen. Ich lade die Kanonen. Du mal Sachen, ne? Sie kommen in Reichweite. Auf welcher Seite? Links. Links. Links ist gerade ein bisschen blöd. Da hab ich nur eine Kugel. Du müsstest mal rechts machen, da hab ich voll geladen. Deshalb hab ich gesagt. Nicht du und du immer in den Raum füllen gehen. Ich lade dich. Ich lade mich. Ich lade mich. Ich lade mich nicht so kompletten. Ähm. Ich treffe ihn aber nicht, wenn er so weit weg ist. Ich lade mich. Ich muss die NPC doch gerade schießen. Bring mich nach rechts, da bin ich vorbereitet. Geh dir noch auf deine Rechte. Wir haben ihn. Wir haben ihn versenkt, auch gut. Warum die Spieler die Arbeit machen lassen, wenn wir NPCs haben, ne? Ja. Das war übrigens keine Absicht, wir haben wir nicht schnell genug gewesen. Und nun, raus hier. Da nach vorne, würde ich sagen. Nach vorne. Ich bin dabei. Ein bisschen nach rechts. Geradeaus. Durch den nächsten Tunnel. Glaube ich. Ich bin der Navigator. Ein Berg von Gold für irgendwas. Mein Schack ist wieder zurück. Oh, da kommt sein Schiff wieder. Zurück. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, denn nein, 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 nein. Uh, knapp. Oh, das schaffen wir nicht. Oh, das schaffen wir nich. sicher wo sind sie bin bereits geht noch nicht muss noch ein bisschen mehr ich habe noch nicht geschossen jetzt habe ich geschossen mir haben linke seite so hier ich kann nicht die weitseite da kommen noch ein bisschen so ich habe noch nicht geschossen oh gott wurde abgefeuert Ist ja so leicht nicht vorbei. Ich glaube auch nicht. Okay, fahr's. Dann fahr ich mal ein bisschen rum. Nach rechts vielleicht. Du sagst an die Flänke. Da sind sie, links. Vielleicht guckt das, wie sie wieder auf der Rechtsstreffer. Egal, ich bestücke die Kanonenkugel noch auf der anderen Seite. Kommen wir um die seitwärts. So, hier. Du müsstest schon schießen können. Nee, kann ich noch nicht. Du musst noch ein bisschen mehr. Freizeit. Kann auch nicht. Die Kanone geht so weit nicht. Jetzt kann ich. Oh nein, keine Kanone gucke. Klar, ich bin blöd. Mach doch selber. Wenn du es besser willst. Weil, äh, besser meinst. Ich bin nur gerade ein bisschen, dass, weil ich hier gehen kann, die Zelten mitnehmen. So, und... Wir treffen das, Mama. Ja, aber die Reichweite war doch super. Ja, keine Unkugeln. Links oder rechts? Die werden jetzt vielleicht nicht kommen. Das heißt... Das heißt, das war's. Das ist кое interesse. Ich glaube nicht. Wie ist das? Das ist wobei. Es wird mehr als dass Literally jotest. Es wird dannуют. Nein, 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 nein. Wir haben keine Unkugeln. Nein, nein, nein. Nein, nein. falsch gesagt. Es wird noch nicht stehe so weit reden. Ich weiß nicht. Be through. Ich muss mich dann ein bisschen reden. Einmal rum Sobald sie einen Schuss weiter sind Na komm Nachladen Schießen Nein Wenn sie vor uns sind, kann ich nicht schießen Aber jetzt Nein Achso Da ist keine Kanonenkuh drinnen So, hier Graben Und schießen Verdammt Zack Dereben Keine Kanonkugel Da ist dann wieder zu Da wird Da wird geladen So mehr Kanonkugeln Da ist dann wieder zu Verdammt, sie verpuffen Ja, diesmal richtig Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ah, da sieht man ruhig Ach Und dann schläft Über am Schiff Das Mary chased through the fires of Monkey Island, gave me all the time I needed to complete this, my burning blade. Ich muss mal ihn abfeuern. Ich muss ihm leben, um ihn zu sehen. Der Piratelord schweigt ihn. Du könntest jetzt ein kleines Mojo benutzen. Es scheint, dass er korrekt war. Schau dich selbst. Dieser nächste Teil wird ein kleines Bumpte. Es gibt noch einen nächsten Part. Ja, es gibt noch den letzten Bosskampf jetzt. Jawohl. Die Kraft ist mutig. Wir sind auf unserem Schiff. Ach du Scheiße. Das heißt wir kämpfen mit unserem kleinen Scharlouper. Oh. Ich bin nicht mit an Bord. Schiff. Bei. Wir. Und ich bin tot. Der Sound. Der Sound. Der Sound. Der Sound hört sich so an. Leg dir auch mal was. Bitte lass es ein Bosskampf mit Schwert und Kanone sein. Ja, Virtus. Wenn wir mit dem Schiff schießen. Will ich nicht noch mal. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, es wird wieder auf der recycelten Map stattfinden. Ja, zurück nach Midi Island. Was wohl sonst? Immer. Oh, Moment. Wir sind ja schon angelegt. Bei mir ist Black Screen. Siehst du irgendwas? Ich schwimme schon mal in die Richtung. Ja. Ich hoffe, es näht gleich bei mir nach. Ich habe gerade Sterbesound und. Und da hat er Scream. Jetzt höre ich ein paar Stimmen. Ah. Wir müssen zur Kirche. Warte. Hört mal hier. Hört mal hier. Hör auf unsere Munition zu verschwenden. wir würden 어� the way ein bisschen Licht gemacht. Ne. Ich MOOM. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir erstmal zum Zirkus? Gibt's beim Zirkus noch was, oder? Hier steht ja der Name. Mich fühlt interessierend, ob man überhaupt nur in die Nebelgebiete kann, oder ob man nur in die Nebelgebiete geht. Ich guck mal nach oben. Und jetzt, Lechuk, kann mir nicht mehr, wie viel wertvoll. Mit der Fung eröffnet, konnte ich meinen Weg finden. So, wir stopfen. Glück für uns. Ramzi war nicht so schockiert. Ich werde gut sein. Hör! Okay, wir sollen zur Kirche. Sagt zu uns. Ach, du hast die Sequenz jetzt erst gekriegt? Ja, wir sollen zur Kirche. Ne, eine Sequenz habe ich nicht bekommen, aber Kate Gipsack hat mir gesagt. So zur Kirche. Es gab keine Sequenz. Das meine ich doch damit. Jo, ich gucke jetzt erstmal im Lookout, ob man noch die Nebelgebiete kann. Wenn nicht, dann gehen wir zur Kirche. Warum ist es auf mir nicht ein und denke ich immer Nacht. Für die Stimmung. Also ich fahre dann bei der Kirche. Ja, Moment, ich geh gerade zum Lookout noch. Hier ist niemand und der Nebel ist wieder da. Okay, alles klar. Das Feuer, das Feuer ist grün. Ich wollte halt gucken. Ich springe mich einfach in den Tod und spawne kurz, ne? Ne, ich warte vor der Kirche auf dich. Ich bin hinter der Kirche gestorben. Du kannst mich holen kurz, wenn du schon da bist. Warte kurz, ich komme. Ich beeile mich. Ich gehe gleich da. Das ist zu spät. Das war sehr knapp. Das war verdammt knapp. Ich stand gerade vor dir. Ich weiß, ich habe es noch in der Sequenz gesehen. Gut, Kirche. Dann machen wir kurz den Bosskampf und dann. Versammle Crew, bevor du weitermachst. Ich kann gar nicht weinen. Ich komme her, hier. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ich habe einen schönen Rapier, mit dem ich kämpfen muss. Für Kirchenleuten, auch so eine Kirche. Liebe Gemeinde. Ich bin ein Zombie. Okay. Ich bin verflucht. Ja, wir haben dieselbe Sequenz, wir sind in einem Körper. Ja. Wettbewerbler, ey? Well, du wirst mich nicht aufhören, diese Zeit. Wie gut sind deine Weben, wenn ich dich nicht zu verbrechen kann? Resumme die Ceremonie. Hast du, Elaine, LeChuck, um deinen Vater zu sein? Um mich nicht zu beurteilen, um mich nicht zu beurteilen? Ich... 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 Ich habe... Ich habe... Und du bist, LeChuck? Ja! Nach vielen Jahren, ich habe. Wenn jemand hier, Wo ist die gute Dame? Ich dachte, die gute Dame kommt jetzt. Oh, Lechuk, es ist vorbei. Über? Haha, ich habe gerade angefangen. Wenn du hierher kommst, du hast mir gefordert. Ja, du hast mir gefordert. Und wenn ich dich ausfügt habe, ich werde frei zu nehmen. Deine Legende Pirate wird eine gute Armee für mich und meine Frau zu sein. Und der Kapitän Flamehart wird nie wissen, was ihm aufhört. Wer könnte den wundervollsten Piraten auf dem Weg bringen? Das nimmt aber einen viel zu ernsten Twist gerade für Monkey Island. Es ist gerade ziemlich dark für Monkey Island. Das ist viel zu dark. Ähm, ich frage wieder. Wenn jemand, der wirklich interessiert, sich zu den unendlichsten Flame zu sehen. Was ist denn der Scheiß jetzt? Das ist Monkey Island. Was für ein Fetisch haben die Entwickler hier gerade ausgelebt? Piraten Flamehart und... Eine ernstige Geschichte. Ah. Ich habe einen Cap-Size. Und wir kriegen den Flame des Schwerts. Lass mich die anderen zur Sicherheit nehmen. Was für eine Überraschung. Ich weiß, dass ihr habt, was es braucht, um mit dem Chuck zu reden. Lass dich nicht auf deine Schmerzen und erinnert. In diesem Weltall, du kannst nicht mehr die Schmerzen auf den tiefsten. Das ist ein Beleidigungsduell. Das ist ein Beleidigungsduell. Das ist ein Beleidigungsduell. Bitte nein. Engine, Entschuldigung! Ninn-Kumpoops! Everywhere I go, no matter what I try, it's always Pirate-Wannabes, who meddle in my plans and ruin everything! Shut up and fight! Well, I may have lost Elaine and my burning blade, but I can still have my fun by tearing you lim from lim! Ohh verdammt. Er ist sehr viel zu dark für das, was er hier ist. Nicht sogar Renf's. Derell ist, mich zu treffen. Ich werde trotten. Wo ist er? Doch, vielleicht wieder vorne auf. Oh, nein. Die Tür ist offen. Oh, eine Beleidigung. Moment. Erwiderung. Mach du das mal lieber. Oh mein Gott, lass mich das doch machen. Er ist aggressiv auf mich. Ich werde der Dread-Pirate-Lord sein. Wir sind nicht. Yay. Hey. War das Nasein, der Sound des Gehirns zu verheiratet? Ich habe keine Ahnung, was die hier wiederum sind. Dann findest du ja auch was. Ich empfehle dir, bevor ich mich kniehen. Dass darauf irgendetwas, was passt. Irgendwas gegen die Niederknien. Das ist sinnvoll erscheinend. Passt einsch? Oh, oh, skammt er gegen mich. Kannst du antworten? Ja, ich weiß auch schon was. Ja, ich weiß auch schon was. Ich kämpfe gegen mich. Hast du eine Erklärung dafür? Ich schaue. Was war das Nase, das Geräusch von deinem Gehirn überfließt? Du hast die ganzen Antwortmöglichkeiten. Ich habe sie nicht. Weil ich sie damals nicht gemacht habe. Doch du hast sie auch, aber wir sollten uns wirklich darauf einigen, bevor jemand das Scheiße macht. Okay, ich habe keine Ahnung. Das nächste darfst du gerne versuchen. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, soll ich dann weiter machen? Ich kann es mal versuchen, aber... Piraten werden applaudieren, sobald sie mich sehen. Sprich vorher mit mir. Wie passt denn du kämpfst mit mir? Erlaube mir die Schlag... Ich glaube, da war es mit Schlag... Da war es mit... Erlaube mir die Schlag... Das scrollt runter. Erlaube mir die Schlagfertigen Porte zu liefern. Was? Ich wusste, du hättest nichts. Ich wusste, du wärst nicht für mich. Ich bin fast tot. Du kannst gegenheilen. Ich bin fast hinten. Ich bin fast vorgegangen. Ich glaube, du bist auf der Notfall befindet. S restriction sub f paths. Ich weiß nicht Oh, dann muss er doch beschlagen sein. Ah, okay, das weiß ich. Verrötende Braut. Ja, da weiß ich, was das richtig ist. Wenn ein echter Pirat kämpft, hast du da wiederum... Nein, es ist einfach nur Kampf. Ach so. Okay, Phase geschafft. So, wo geht es weiter? Durch die Stadt. Guck mal eben in Fässern, ob wir Bananen sind. Ah, hier ist er. Das Finale müsste am Steg sein. So war es zumindest damals in Magellans. So, ein Moment. Gewässer? Ja. Ja. Oh. War zufällig das Richtige. Das war das Richtige. Oblivion? Ne. Das wollen wir mal nicht spielen. Es ist ein gutes Spiel. Es ist nur nicht gut gealtert. Ich versuchze euch, was ihr mir in die Fans legen. Der wiederum. So. Hm. Klappt sehr gut. Warum tut die Nudu-Nudu-Nudu-Nudu-Nudu nichts hier? Die ist doch nebenan. Du mein Game Player. das ist das ist Du betrachtest für diese Insolence! So, das weiß ich. Na dann. Was ist noch der Möse? Kurs die Leute! Das ist ein netter Meta-Joke. Weil sie wissen, dass sie zu teuer sind. Ich brauch jetzt dringend irgendwo eine Banane her. Ich verstehe, oder? Ja, ja. Enjoy the music! Es wird schuldig, zu stehen und mich kämpfen! Meine Insolven sind so schuldig. Es gibt keinen Weg, zu reagieren! Es wird schuldig, zu stehen und mich kämpfen! Oh, der Glockkrug ist nicht da. So ein Mist. Ich kann nicht glauben, dass du deine Audacity bist! Was war das? Was war das? Ich kann es mal versuchen. Ich bin hinter ihm. Ich kann es mal versuchen. Ich bin hinter ihm. Nein! bullets auf die Hände raus. Ich kann es nicht mehr schuldig. Ich bin mit Ranzi verabschiedt. Ich habe ihn mit dem Witz und die Kraft zu verabschieden. Das ist doch so. Die Blut anstere, der Krone, schuldige. Ah ja, das ist mir schon. Ich spritze ihn von hinten an. Und von vorne. Weiter geht's. All my evil schemes. Why does this always happen? Blast it all. I'm the legendary pirate Lechok. I should get to win once in a while. Why do I never get to win? It makes me so, so angry. So angry, I could just... I can't believe it. This firework was a little bit bigger. Okay. Free will? Checked. Sword? Checked. I'm ready for battle. Now, where's Lechok? Oh, bad. He doesn't hit him. I think this is one who finds me a little... Oh, so I don't get to save everyone? How am I supposed to prove, I'm a mighty pirate legend? And other people, hog all the heroics? Your story is still being written, Gyran. You don't have any pages left in those memoirs. Besides being a pirate, isn't it just about the battles you fight or what you accomplish? It's about who you are and all that you could be. True legends know when to take a stand against those like Lechok, who take all they can and give nothing back. On our sea of thieves we can do better. Nochmal die Titel der Spieße nennen. And I'll show you what I mean. I have a map, I think you'll find particularly interesting. Well, I think you're on your way to being a pretty legendary husband. But even if this isn't really melee island, I think I'd like to stay for a while. Yeah, me too. Now that Lechoks curse is broken, it'll be nice to spend time with everyone. Oh nein, oh nein, oh nein, I have to stop the trap again. The blanket is absolutely 100% perfected Reto-Kick for you, my friend. This is the key to my office so we can talk. In fact, if you get me out of this thing, I'll throw in a free ballet service. Jemand? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nun, ich denke, ein bisschen Rest und Relaxation ist eine gute Idee. Und wenn du bereit bist, ein Meer von diesen wird dort warten. Ich werde das sehen. Und so werden unsere Freunde hier. Komm her, Kate. Warte, nur ein Sekund. Drei Meter? Ja. Nicht schlecht. Na, Hone Pumpkin, ich habe etwas gelernt von all das. Was ist das, Plunderbunny? Diese Sicht wird nie wieder aufhörter. Das hier? Gut, jetzt stehen wir beide da vorallem. Wir müssen wieder durch das Ding. Wir müssen mal schlecht zur Voodoo-Lady oder nicht? Na doch. Wir müssen wegfahren. Gut, das war definitiv irgendwas was wir gespielt haben. Ich habe noch ein Foto gemacht. Warte, ich mache noch ein Foto mit Geibasch. Ich habe ja mein Miet-and-Beat-Ticket bekommen. Gut, ich fahre schon mal. Ey, warte. Wir müssen noch mit Geibasch reden. Es steht noch in der Foto. Ja, es steht mit Geibasch reden. Das können wir noch. Vielen Dank, dass Sie wieder zum Residenz kommen. Hey, vielleicht sollte ich diese legendarischen Tests auch versuchen. Sie sind ziemlich... Ah, wir sollen die Prüfung noch versuchen. Ah, ja. Gut. Noch ein Gruppenfoto zum Schluss. Können wir das coole Schiff nehmen? Ne, leider nicht. Nein, wir kommen nicht hoch. Schade. Ah, schade. So, vielleicht. Oh, Kacke. Verpackt. Ne, ich komme nicht schwimmen. Ah, ich kann nicht schwimmen. Warte. Ich glaube, die ist nicht offen. Die ist offen, aber der Kug ist weg. Ist irgendwer drin? Nö. Ist näher. Hm. Ja, komm, dann... Kuck, du hast noch Schaden liegen hier rum. Was? Weißt du noch mal, guck, was du Schade brauchst. Ne, komm, wir kennen die Insel mehr als gut genug. Ja. Wir haben zu viel Zeit hier verbracht. So, und wir los. Ich bin noch nicht an Bord. Ich bin runtergefallen. Ähm. Was ist denn da? Eey. Bist du an Bord? Jetzt. Na, dann. Sägel, spannen. Und los gehts. Ja. Und was sind deine letzten Meinungen zum Spiel, bis wir es ... Warte, eine Sache muss noch gemacht werden. Was denn? Nein, schießt nicht unsere ganze Munition. Dann wiederum, wir spielen uns eh für die nächsten Jahre nicht mehr. Sehr schön. Ein Stupflinge im Wickel von der Chuck. Ein letzter Weg auf Midi Island. Ja. Oh, das feurige Schwert. Sehr schön. Sieht fast cool aus. Und hat fast gar nichts mit dem Abenteuer zu tun. Es hat absolut gar nichts mit dem Abenteuer zu tun. Die haben es reingestimmt, weil sie das Wodl da haben. Und es sieht nicht mal gut aus. Es spielt halt gar keine Rolle. Ja, ich bleibe beim Schwert der Seelen. Das sieht cooler aus. Es sieht ein bisschen so aus wie ein Schwert, was zu früh aus der Schmiede rausgeholt wurde. Verstehst du was meine? Ja, es sieht aus wie glühen und ich weiß, wie schlecht glühen das Metall funktioniert. Also... Ja... Der Rubin Stachelentemaster, das sieht gut aus. Haben wir das auch mal irgendwo für eine Quest bekommen? Oder... Ich glaube, ich habe es zumindest auch. Deshalb. Das sieht tatsächlich cool aus. Ja, das habe ich mir heute gekauft. Das sieht vielleicht auch nicht ganz schlecht aus. Zeig mal. Mit Rechtsklick. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Das Rote sieht auch nicht übel aus, aber es geht. Oha. Das Meer wölbt sich. Auf Richtung Sonnenuntergang. Achso, ich dachte da hat jemand einfach eine Atombombe gezündet. Ja, der Soundtrack gerade ist relativ cool. Ja, der Soundtrack gerade ist relativ cool. Das waren die Umrechnungen von... ...Modi 616. Und jetzt werden wir feststellen. Okay. Die berücksichtigen Piraten. Ja... Wie fandest du das denn jetzt allgemein? Da warte ich jetzt schon mal auf dein Statement. Äh... Ja... Fahr etwas. Wie du schon gesagt hast, ähm... Es ist... Ja... Es ist ein Point-and-click-Adventure in einer 3D-Welt. Ich weiß nicht. Es funktioniert so gut wie ein Point-and-click-Adventure in einer 3D-Welt. Nämlich gar nicht. Nein, der erste Teil hat... Na... Es ist... Ja... Es hat ja... Es hat irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Können wir hier mal das... ...die nächste Außenkosten ansteuern? Schon dabei. Sky-Keep ist glaube ich nicht der Außenkosten, oder? Es war interessant. Jetzt genau gerade. Jetzt gerade. Genau. Ich fahre noch direkt gegen den Felsen. Ja... Du... Es ist unterhaltsam... Es ist unterhaltsam genug, dass man... Also es... Dass man... Man kann es spielen, aber... Naja... Also wenn... Wie fandest du es denn als Fan? War es denn genug Fanservice? Wenn tatsächlich jetzt noch ein... Was haben wir vorhin gesagt? Ähm... One Piece... Wenn das One Piece Ding noch rauskommt... ...dann würde ich es auch nochmal wieder spielen, aber... Ja... Du findest One Piece eigentlich gar nicht. Oder hast du... Hast du hier Netflix für die Realserie geholt? Bis es... Bis es... Bis es rauskommt, werde ich es mir mal angeguckt haben. Die werden jetzt noch... Ja... Es hat mich etwas überrascht, dass... Es hat mich echt überrascht, dass du gesagt hast... Ja... Wenn One Piece doch mal irgendwas rauskommt... Dann würde ich auch mal spielen... Ich hab's... Ich hab's vor... Du... Du hast das nie gesehen... Ich hab vor... Ich hab vor... Zumindest die Realserie mal zu gucken... Falls du noch da ist... Wenn ich mal... Wenn ich mal dazu komme... Ähm... Bis die da... Bis die da... Bis die da... Bis die mit dem One Piece... Teil kommen... Es wär so... Es wär so fucking lustig... Wenn die das wirklich springen würden... Was... Was könnte noch kommen? Ich mein... Ich mein nach... Ich mein nach... Nach... Ich... Ich mein es... Guck mal... Es kam Fluch der Karibik 5 raus... Das... Danach haben die... Danach haben die angefangen... Die Fluch der Karibik... Dinger zu entwickeln... Dann kam... Dann... Dann kam... Curse of... Return to Monkey Island raus... Da haben sie angefangen... Monkey Island zu entwickeln... Für Sea of Thieves... Jetzt kommt... One Piece raus... Die Serie... Die Realfilm... Die Serie dafür... Jetzt werden sie anfangen... One Piece zu entwickeln... Das ist... Der logische Schluss... Der nächste... Das ist... Dem muss da folgend... Ist das der nächste Schluss... Ja... Dem muss danach... Auf jeden Fall... Das wird passieren... Was gibt es denn noch... Für große Piraten-Franchises... Keine Ahnung... Nicht so wirklich was... Gar keine mehr, oder? Vielleicht kommt ja demnächst... Irgendwas noch... In zwei Jahren... Ich könnte mir vorstellen... Sie dann diese ganzen... Sehr alten... Filmklassiker... Noch irgendwie reinbringen... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Dass sie es dann auch... Bei den Piraten... Sachen lassen... Ich habe so ein bisschen Angst... Dass das zu einem neuen... Fortnite wird... Dass das so ein bisschen... Sie jetzt auf einmal... Batman mit reinbringen... Und dann auf einmal... Irgendwie Stranger Things Sachen... Und dann... Auf einmal Stranger Things Sachen mit drin... Und irgendwie Sachen... Die gar nicht so passen... So eine Aktion hier... Weil es halt gerade im Trend ist... Und weil es bekannt ist... Und berühmt ist... Ja... Das glaube ich halt nicht... Bei Fortnite sind es halt... Nur Skins... Und... Ich meine... Da kannst du eh jeden Scheiß machen... Hast du mal... Fortnite Comics gelesen? Die sind so abschuldig... Nein... Fortnite zuckt mich nicht... Sorry... Ich finde es so lustig... Dass... Die einfach entschieden haben... Ja... Dieser eine Charakter von DC Comics... Der ist jetzt bei uns... Der große Böse... Und das ist immer noch der Stand... Man weiß nicht was er tut... Aber er ist da... Und er hat gewonnen... Also... One Piece... Würde ich auf jeden Fall... Spielen... Wenn man das sonst... Ich würde es... Ich würde es... Ich würde es total fühlen... Wenn das... Ich meine... Es passt überhaupt nicht dazu... Aber... Monkey Island hat auch nicht gepasst... Monkey Island... Passt auch überhaupt nicht... In Sea of Thieves Welt... Ich meine... Es reiht sich auch gut ein... Monkey Island ist auch... Unseriöse... Es ist auch... Un... Lustiges Ding... Fluch der Kriege... War auch lustiges Thema... Es ist... Es passt... Die Netflix-Serie würde halt tatsächlich... Hier reinpassen... Nur gar Steam-technisch... Sieht es irgendwie ähnlich aus... Ja... Deswegen... Ich sag's dir... Wird passieren... Safe call... Dann sage ich ganz ehrlich... Dann... Dann schweiß ich auch auf mein Zeug... Dann kaufe ich mir die ganzen Sachen... Die dann zu thematisch rauskommen... Weil das wäre zu lustig... Ich... Geber Stroh... Und mit rotem Band... Als... Als... Als Achievement... Fürs abgeschlossene Abenteil... Ist gar nicht so schwer zu machen... Ja... Aber nur ein... Den du auf deine selbst... Selbst gekauften Schiffe... Für 80 Euro... Ja... An ein Stelle am Mast hängen kannst... Geber Stroh... Das ist ein Standard-Asset... Geber Stroh... Mit rotem Band... Das... Ist machbar... Das ist... Deswegen... Ja... Das kannst du tragen... Wenn du Cosplayer bist... Und wenn du... Und wenn du eine Frau Ende 70... Am Strand bist... Alles dazwischen geht nicht... Jetzt zu deiner Frage... Ob es genug Fanservice war... Ja... Es war... Ich hab ja genug drüber gequatscht... Das ist... Ich hab ja... Ja... Ich hab ja genug gesagt... Ja... Ich hab ja genug gesagt... Wär das so und so... Es ist da schon... Also... Es ist für mein... Ein bisschen... Sehr die Rätsel einfach recycelt... Es... Es war... Es waren manche Sachen... Wo man so ein bisschen... Ja... Uff... Man hätte Sachen... So müsste... Gerade... Gerade mich dran erinnern... Also... Das Münzen sammeln ging ja noch... Das war... Das war auch brutal... Im ersten Teil... Das wir gemacht haben... Aber... Das war nervig... Aber gerade... Die drei Prüfungen... Das wäre so... Das hätten sie irgendwie abkürzen müssen... Das hätten so... Quasi... Der gesamte zweite Teil... Wo wir... Einfach... Das über die Insel laufen... Und so weiter... Jetzt im dritten Teil... Den... Ich würde fast sagen... Den dritten Teil fand ich jetzt hier am besten... Aber... Würde ich auch sagen... Es war auch nervig... Auf der Insel... Da rumzulaufen... Das mit einem Monokel... Und so weiter... War auch... Mark übel... Aber... Aber nicht so krass... Aber nichts... Nicht so wie die anderen beiden... Zwei Teiler... Ja... Alleine halt... Dass du... gemacht hast... Doch mal einen Kampf machen musst... Damit die Story weiter getriggert wird... Das ist halt... Ja... Weiß ich nicht... Ob man das machen sollte... Was ist denn hier los? Okay... Ich hab nur fest begonnen... Keine Ahnung... Hier war ich noch nie... Oh... Ein Fahrstuhl... Warum gibt es hier plötzlich eine Fraktion... Von reichen Leuten... Was ist mit diesem... Es gibt hier einen Ausguck... Jetzt sollten wir irgendwann nochmal das reguläre... CFT's spielen... Aber... Nee... Auf keinen Fall... Da hab ich nichts mit meiner Zeit zu tun... Ich hab das schon... Ich hab das bei Streamern irgendwie schon gesehen... Das war... Das ist irgendwie... Äh... Das ist... Wir haben irgendwie gerade Glück... Äh... Keine Ahnung... Weiß nicht... Warum war... Nein... Weil wir hier den Story... Den Story-basierten Modus machen... Ich glaube da sind keine anderen... Spieler... Ich hab das... Ich hab das auch bei anderen... Oh... Ich kann einen Platz nehmen... Und auf die Insel gucken... Und auf den Ozean... Ähm... Ähm... Das ist schon Spaß... Aber du musst halt... Ja... Wenn du alleine oder mit zwei Leuten spielst... Dann... Sind verdammt... Wenn du ein eingespieltes Team von sechs Leuten bist... Dann klar... Dann macht es danach auch Spaß... Aber es sind verdammt für die Kiddies... Äh... Die... Äh... Die... Die einfach... Nur zerstören... Und... Spiel verderben wollen... Das ist einfach... Verstehst du was ich meine? Ich meine... Ja... Es geht ja auch zum gewissen Teil darum... Aber es ist halt... Ja... Ich mag es auch nicht... Von Leuten die einfach auf Schatzsuche gehen wollen... Und... Dann einfach... Dann einfach angreifen... Und Schiffe versenken... Das ist dann... Hm... Tja... Vor allem... Du hast halt... Mit zwei Leuten jetzt... Echt keine Chance... In irgendwelchen Raids... Oder irgendwas... Irgendwas zu reißen... Das heißt... Du kannst nur die... Schatz... Und die Kampfaufgaben machen... Und die bringen dir wenig Geld... Und es lohnt sich nicht wirklich... Das zu machen... Und die Stories sind nicht so gut geschrieben... Dass sich die lohnen würden... Bin ich ehrlich... Wenn... Dann bräuchte man halt wirklich eine große Gruppe... Wir spielen... Ich glaube wir spielen das wieder von... Wenn... Nicht... Pfalz... Dürfen die Files... Äh... Ne... Dürfen die Film... Wobei... Mir fällt doch... Mir fällt gerade ein... Sie könnten auch noch tatsächlich... Assassin's Creed mit reinbringen... Black Flags... Ja... Ja... Könnten sie auch machen... Das wäre auch sehr groß und super beliebt gewesen... Das könnte sie im Zuge von Dingens... Von... Ähm... Skull and Bones... Wenn das jemals für liest... Äh... Rausspringen theoretisch... Aber du... One Piece ist einfach... Das ist mir auch vorstellen... One Piece ist so ein Safe Call... Das wird... Das wird... Das wird... Ich sag's dir... Ja... Und da... Und da bin ich mir auch sicher... Da würde die Story... Wahrscheinlich sogar gut werden... Weil man weiß ja... Der Autor... Ist derjenige... Der sagt... Ihr macht nichts... Jemals... Irgendwo... Mit meinem Content... Was ich nicht überprüft habe... Aber das ging ja auch... Bei... Monkey Island... Oder? Haben das nicht... Hier... Monkey Island... Nein... Haben sie nicht... Wir haben damit gar nichts zu tun gehabt... Aha... Das weißt du sicher... Da bin ich mir sehr sicher... Allein an der Qualität... Wie das geschrieben wurde... Und die Rätsel... Das war wieder komplett... Dieses selbstgeschriebene Zeug... Vor allem... Gegen Ende hat man's gemerkt... Weil das hatte nichts mehr wirklich... Mit dem Quellmaterial zu tun... Das hättest du auch in jedem anderen... Jeder anderen Quest machen können... Mhm... Aber muss nicht heißen... Dass es nicht... Also irgendwie... Abgesehen müssen sie es ja haben... Weil... Das Copy-Wide liegt ja nicht bei... Die sind beide unter Microsoft... Die sind beide unter Microsoft... Die sind beide unter Microsoft... Die werden ja... Einen Scheiß-Trick... Abgesegnet haben müssen... Doch... Das Copy-Wide... Das Recht an der Marke... Liegt bei Microsoft... Und die sind beide bei Microsoft... Die werden ja... Einen Scheiß-Trick... Abgesegnet haben müssen... Oh... Ich hab' einen Feuerwerk-Scripper... Gefunden... Ich bin schon links raus aus dem Spiel... Ich bin ja noch... Ich lauf' hier noch rum... Warum? Weil ich noch ein bisschen rumlaufen will... Weil ich noch diesen Feuerwerk-Scripper zünden will... Auf dem Schiff... Also echt... Das ist eine Vierfach-Rakete... Oder Dreifach... Wo steht denn das Schiff? Ich bin dann... Ich wäre dann für heute aber auch raus aus dem... Aus dem Call... Ja... Wir sehen uns... Wir sehen uns... Bei... Sea of Thieves... Wieder wenn... Black Flag... Oder... Assassin's Creed Black Flag... Oder... Bei dem nächsten... Bei dem nächsten Crossover... Wo wir uns erstmal kurz drauf rollen... Und dann merken wir... Oh Scheiße... Das ist Sea of Thieves... Ja... War aber lustig... Ich fand's ganz... Ich fand's gut... Es war weniger schlimm... Es war weniger schlimm als das letzte... Und es war zumindest bugfrei... Relativ... Bis auf das Ende... Aber... Das haben wir auch hingekriegt... Wir sind ja rausgekommen... Ja... Müssen wir mal gucken... Was wir als nächstes spielen... Ob wir... Raft spielen... Oder was anderes... Du sagst an... Ich folge so wie immer... Gucken wir mal... Oh... Drachenfeuerwerk... Ja... Also... Ich bin dann... Gute Nacht... Keine Ahnung... Mach... Mach noch ein bisschen... Chatting... Ja... Gute Nacht... In Kanone... In Kanone... In Kanone... Ich hätte mich auf die Insel führen sollen... Das ist der Jungen Mann... Das ist der Jungen Mann... Das sind nicht gut... warte kurz war das schiff noch zu plumpen oh stop auf die insel feiern okay 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 Das war echt nicht schlecht. Gut, dann sollte ich auch mal fern machen. 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 Gut, dann sollte ich auch mal fern machen.